Da haben wir ja endlich das kleine Biest. Howdy. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie Larsen das Licht ausgeblasen? Wenn man es so ausdrücken will. Tja, Ihr kleiner Ferienausflug ist zu Ende. Wird Zeit, dass ich zurückbekomme, was Sie mir gestohlen haben. Schauen wir doch mal in die Lunchbox. Na los, tötet sie. Womma. Ihr Vollidioten. Lasst uns gehen. Das Pimli, Hamli, Ömli, Tumli einhohn. Moin Tummel. Moin, Sorako. So, das lässt Lara natürlich nicht mit sich machen. Sie wird sich das Ding wiederholen. Fragt sich mittlerweile aber auch, was hat Nattler eigentlich mit dem Ding vor? Kein Plan. Role. Mann. Gleiche. Bole. 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 Letzteres Urako. Was zum Geier war das? Was denn? Wahrscheinlich nur ein Fisch. Wahrscheinlich nur ein Fisch. Ruhig halten. Da kommt es. Seid ihr fertig? Wohl wieder nur ein Fisch. So und es geht los. Mit dem vorvorletzten Level überhaupt. Natlas Katakomben wurde ein bisschen übersetzt. Keine Ahnung. Eigentlich heißt es Natlas Minen. Ich weiß auch nicht warum die das jetzt Katakomben genannt haben im Neuen. Aber es sind eigentlich Minen. Und los geht's. Also wir sind jetzt auf dieser komischen Insel mit dem Riesenberg. Und in irgendeine Höhle reingeschwommen. Keine Ahnung. Warte Richtung. War das der Teil mit dem Dinos? Ein paar Dinos gab es schon am Anfang. Es gibt glaube ich in jedem Teil Dinos. So. Ja. Lara Croft will eigentlich nur das Ding wieder haben. Aber im Verlaufe dieses Levels hier haben wir auch vielleicht ein bisschen mehr was was diese komische Nackla Tussi ist ja auch was war. Warum die das so auch haben will. Was das so auch ist. Was das bringt. Was das ist. So. Ja. Fangen wir mal an. Die letzten drei Levels. Die sind natürlich sehr knackig. Ne. Das hier ist wieder so ein Level wo man schön oft doppelt läuft wenn man nicht die richtige Reihenfolge habe ich mich natürlich nicht mehr erinnere so richtig. Okay. Also bei mir so ein komischer Bohrer. Der muss raus. Der muss raus. Das hier ist erstmal eine Kiste und dahinter ist ein Gang. Ja. Dinos waren in einem dritten Level. Ähm. Ja. Da gab es das kleine Dino-Tal da. Verlorene Tal. So. Hier ist jetzt eine verschlossene Tür und dahinter ist ein Hebel. Kommen wir noch nicht lang. Okay. Kommen wir noch nicht lang. Dann heißt es wohl zurück. Also wir sind jetzt quasi im Berg drin. Und ich sehe da hinter dem Wasserfall ist ein Weg. Wow. Da stehe ich nochmal drauf. Krass. Da ist ein Hebel. Ah. Okay. Er hat jetzt das Ding geöffnet. Ähm. Ich würde sagen direkt zurück und dahin, oder? Ich gucke nochmal so ganz kurz sneaky-peaky, was jetzt hier weiter oben war. Verschlossene Tür. Ja gut, okay. Wir müssen zurück. Gehen wir jetzt da wieder hin. Das ist dann auch später noch was. Da müssen wir aber für das Punkt eine Position nehmen. Das machen wir noch später. Oh, das ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Kann mich absolut nicht mehr erinnern. Oh ja. Natürlich. Vor allem sind ja fünf Spiele, ne? Der Art jetzt hier. Die rauskamen. Das ist der erste Teil. Ach ja, da rein. Aber ich finde es geil, so nach langer Zeit, das mal wieder so zu sehen. Dann auch nicht mit dieser Crap-Grafik hier, sondern schön neu aufgehübscht. So, Hebel, wir machen jetzt. Oh, das ist so ein hin und her, so ein unnötiges, ne? Jetzt müssen wir wieder zum Wasserfall. Jetzt hätten die sich ersparen können. Hier, unnötiges Levelstrecken. Ja, ja. Müssen wir wieder da zum Wasserfall. Jetzt klettern wir da wieder hoch. Und dann geht es da weiter. So, by the way, ne? Die hat uns ja hier festgenommen eben auf dem Berg oben, bevor wir ins Wasser gesprungen sind. Äh, wir haben keine Waffen. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Wir können uns aktuell nicht zur Wehr setzen. Auch die Pistolen. Auch die sind weg. Aktuell also komplett ohne Waffen. Und die wollen wir natürlich auch wieder haben, ne? Wenn es irgendwelche Viecher kommen, und sie kommen bestimmt, müssen wir ja die ganze Seite davor wegrennen. So, das ist wild. Hier hängt einfach mal ne Hütte an der Decke an so'n Haken, Alter. Okay. Okay. Was haben wir hier drin? Messer rein, Gedärme raus, sing Sternchen. Hehe. Messer rein, Gedärme raus. So, hier haben wir so Schaltkreise, so Schaltungen und wir müssen Spoiler-Alarm mal wieder Dinge finden, die wir einsetzen müssen, wie eigentlich aus jedes Level. Wir benötigen drei, ähm, 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 wie heißen sie? Fehlt mir das Wort. Mensch, wie heißt denn das? Sicherungen. Ja, so, so Dinger, die kommen da halt rein. Die müssen wir finden. Let's go. Hier haben wir einen Block. Da wird ein Weg rein. Der Block steht hier nicht umsonst. Den schieben einfach mal ein bisschen in Richtung der Hütten. Vielleicht sollen wir ja aufs Dach der Hütte. Noch auf das Dach können wir auch schon so, ne? Aber hier ist nix. Wir müssen aufs Dach der anderen Hütte, glaube ich. Ja, ja. Das sieht mir doch nach einer porösen Plade aus. Das sieht mir doch nach einer porösen Plade aus. Also Leute, noch ist alles so harmlos, ne? Aber es wird gleich noch richtig wild. Zum Ende dieses Levels und die letzten zwei, die sind richtig wild. Aber auch, ah, die machen auch richtig Bock. So, okay. Warum auch immer der Hebel dafür sorgt, dass ein Boot sich bewegt. Das Boot hat sich bewegt. Das müssen wir uns schon mal merken. Und hier kommen wir wieder aufs Dach. Vielleicht hätten wir hier die Kiste hinstellen sollen. So, jetzt können wir nochmal hier reingucken. Da waren wir noch. Hier waren wir auch noch nicht. Gucken wir erstmal hier rein. Was haben wir hier? Ein langer Weg. Ah ja. So, hier ist so ein Förderband mit der unlogischsten Sache, die es in dem Spiel gibt. Unser Ziel ist ja, die drei Sicherungen zu suchen. Zündkerzen oder was auch immer das ist. Und ich sag mal so, ein normaler Mensch würde sich ja jetzt so reinbücken und das einsammeln, ne? Aber nein, das geht leider nicht. Wir müssen natürlich dieses Laufband jetzt erstmal zum Laufen bringen, damit diese Sicherung, die hier so lang fließt, wo dann hier runter plumpst, dass wir die dann hier einsammeln können, ne? Dann machen wir das doch mal. Die Tür dann immer noch zu. Juck, kommen wir hier erstmal nicht weiter. Aber Lara ist nicht so fein, sich zu bücken, ne? Man kennt's. So, können wir das hier eigentlich schon machen? Das war, äh, das müssen wir, glaube ich, so machen. Okay, jetzt wird's schon mal, also, kriegen wir schon mal einen Vorgeschmack auf, äh, das Niveau, wie es dann jetzt in den letzten Leveln sein wird. Speichern. Vielleicht sterbe ich jetzt ein paar Mal, mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wie genau das geht. Auf jeden Fall, Timing. Let's go. Seht selbst. Hier drüber springen, nochmal springen. Das ist halt um. Runter, runter, rüber, lauf, 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 lauf. Ah, ganz knapp. Wir müssen da rüber springen, ganz schnell hoch, bevor die zweite Kugel runterrollen und uns den Weg versperrt. Ich hab's fast geschafft, aber was ein Sound. Ja, die alten Sound sie sind. Die sind geil. Gut, das war ein Tod, ne? Jetzt sind wir überrollt worden. Zack. X-Tribe. Wir müssen schneller sein. Ne, hab ich schon wieder verkackt, glaube ich, weil ich gerade so, ja. Ah. Scheiße. Weil ich da so hängen geblieben bin, das war schon fair. Dann gehen wir zurück. Ich glaube, die müsste einfach aufgehen, ne? Äh, das resettet sich doch eigentlich automatisch. Wie resettet man das? Hier kam die Kugel. Hänge ich jetzt, bin ich jetzt hier gefangen? Wo ist das, der Rückweg? Das ist der Rückweg. Ja. Okay, jetzt müsste das resettet sein. Jetzt kann ich's wieder versuchen. Let's go. Lauf, 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 lauf. Ja, sehr gut, 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 sehr gut. Komm, wir sind drin. Hui. Perfekt, ohne hängen zu bleiben. Und wir werden belohnt. Mit einer Zündsprudel, Sicherung, was auch immer. Ich will wissen, wie die heißen. Sicherung. Ha. Okay, wir haben die erste. Spaß ist noch nicht vorbei, wie ihr seht. Wird jetzt die ganze Zeit so sein, bis das Spiel durch ist. Überall nur noch Fallen. Hacke, Gegner. Alles will dich töten. What? Okay. Und hier müsste es jetzt auch wieder zurückgehen? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Genau, jetzt können wir hier hoch. Gut, das haben wir. Perfekt, perfekt. Das war Sicherung Nummer 1. Gut. So, aber wie geht's jetzt weiter? Wir erinnern uns, das Boot. Wir haben das Boot verschoben. Da fällt auch nichts anderes ein. Gehen wir zum Boot. Da oben ist auf jeden Fall doch was. Aber das erreichen wir jetzt nicht. Wir können ja eigentlich die eigene Sicherung schon mal rein machen. Ich weiß gerade nicht, ob da schon was passiert ist. Ich glaube nicht. Aber schon mal drin ist es. Schon mal drin, ne? Ja, ich glaube, wir brauchen irgendwas, was in diesem Häuschen ist. Wir müssen das runterkriegen. Gehe da eigentlich noch was in der Ecke? Gut auf zum Boot. Ichelle da kommt zum Boot. Da hab ich doch schon gesehen, dahinter ist was. Boah, was sind das für schicke Blöcke hier. Nuttla Technologies, let's go. Die böse Nuttla, ja. Ja, also die Kiste sieht ja makaber anders aus, lass mich raten, ja, dann kann sie schieben oder ziehen. Na, da kann man ziehen. Und hinter dieser Kiste, oh mein Gott, eine weitere Kiste. Scheiße, die müssen wir auch rausziehen. Okay, okay, wir brauchen Platz, ich schieb die nochmal, eins, zwei da. Dann die raus, dann können wir die ja da links in die Ecke schieben. So. Und so. Hätte mich verarscht gefühlt, wäre jetzt noch eine Kiste gewesen, ne? Aber nein, es ist ein Hebel. Aha! Der Bohrer ist herausgefahren. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich... Secret vielleicht noch die so geschoben werden kann. Ne, ne? Das machen die mal gern, die Klasse. Dann gehen wir zum Bohrer. Hin und her hier, ne? Ah, wo war der Bohrer? Scheiße. Was ist da hinten? Oh, mal kurz kurz. Hier oben drin waren wir auch noch nicht. Okay, es scheint irgendein Rückblick zu sein. Gibt es hier noch irgendwie was? Nö, sollte nur gut aussehen, glaube ich. So, hier war noch der Bohrer. Yes. Oh, noch mehr Kisten. Mehr geht nicht. Ach, guck mal da oben. Und da unten. Bei Wege. Hier oben ist ein Hebel und Munition. Was macht dieser Hebel? Was? Ah, hier, das war... Das war hier das Tor. Beim Fließband, glaube ich. Links neben dem Fließband. Da liegt... Da liegt ne Zündung, ne Sicherung. Boah, das sieht nicht zu einfach aus. Spiel speichern. Da liegt einfach die Sicherung. Können wir die jetzt nehmen? Hab sie. Cool. Aber geht... Müssen wir jetzt nicht zurück zu dem... Ist nichts Persönliches. Was? Oh Gott. Oh Gott, wir haben keine Waffen. Okay, hier sollen wir, glaube ich, noch nicht hin. Wir haben keine Waffen. Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich hab Bock, dass der mir folgt. Ich schieb mal die Kiste hier davor. Alter, okay, okay, okay. Wir holen sich. Wir holen sich. Aua. Okay. Ähm, wir müssen jetzt wahrscheinlich... Scheiße, wenn's da... Oh Gott, er kommt durch die Kiste. Junge. Ihr habt doch keine Waffen. Scheiße, scheiße. Wir müssen zum Fließband. Das ist ja die letzte Sicherung. Zwei haben wir ja jetzt, ne? Zwei haben wir. Wir müssen zum Fließband. Wir müssen zum Fließband. Wo war das? Äh, hau den mit deinen Fäusten um mir. Hehehe. Wenn das ginge, ey. Oder so kopp losgeben einfach. Zack. Okay, ja, Fließband war hier irgendwo, ne? Ah, da war das, ne? Ich glaub das war hier. Ich glaub das war hier. Ich glaub das war hier. Yes. Da ist die Tür offen. Und Lara will sich immer noch nicht bücken, um's einfach aufzuheben. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Hebel. Und dieser Hebel. Bitte. Aktiviert das Fließband. Das klingt gut. Das Fließband läuft. Jawoll. Wir haben alle Sicherungen. Jetzt hast du ja dich doch gebückt. Egal. So, einsetzen gehen. Und beten das, was auch immer in diesem Häuschen an der Decke da drin ist, uns hilft. mit dem Dude da klar zu kommen. Einen damit. Geht? Oh, das gibt's auch noch. Gibt's auch noch. Okay, das Häuschen ist unten. Wann ist das offen? ein medikit unser wichtigstes werkzeug mehr benutzen wenig also scheiß auf die anderen ich bin ehrlich ich kenne jemanden der jetzt richtig auf die fresse kriegen ach guck mal jetzt können wir da oben auch rein ne ist das ein secret wieder einfach ein ganzes haus an der decke hingen ja ich selbst ja ich krieg vielleicht auch ja das kann sein nein das ist dieser rückweg hier ne ich höre schon das wasser ja ja so und da läuft er jetzt um machen wir ihn lang haben uns ja ein bisschen hinterher wo bist du bloß Sack hier war er zuletzt der hat die magnums jungen der hat einfach die magnums scheiße ich bin gezwungen leben zu nehmen besiege cowboy wir haben cowboy besiegt okay ja der cowboy ist tot jetzt kannst du mir nicht erzählen war schluss der hat ganz schöne obeine magnums die wir nicht benutzen na doch er stirbt ja oft ich muss noch ein medikit auf die auf den counter setzen ich habe ein großes benutzt das war nummer 14 ach wir haben zwar die magnums aber wir dürfen sie natürlich nicht benutzen wir benutzen die pistolen weiterhin wieso konnte er durch diesen block laufen der arsch aber er hat wohin in einem kamm mit den zwei zombies und einem pferd alleine schon 10 oder 20 große medikits benutzt aber die wurden ja immer wieder resettet weil ich ja gestorben bin dann waren die ja wieder unbenutzt weißt du die haben da nicht gezählt so dann geht es jetzt wohl hier weiter und wir dringen tiefer ein in die minen morias äh natlas ach so der kleine tummel cheatet also also nee das habe ich keine entschieden, ich habe einen verloren oha guck der, oha oha da unten ist es feurig ui 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 ui.. hier wird es heiß da sollte man auch nicht reinfallen so gibt es denn hier noch sachen hier unten ist glaube ich irgendwie kann man irgendwie sich runter lassen aber ich will mich jetzt noch nicht runter lassen hier sieht es auch tödlich aus da oben ist ein hebel und hier ist noch ein eingang in eine sackgasse ok ich würde sagen lassen uns hier erstmal runter oder oder wie die speicher ich auf jeden fall mal weil es ist wieder so ein ding ich weiß nicht was zuerst kommt den hebel werden wir ja safe irgendwie mal machen müssen ich glaube ich geh erstmal runter muss es ja einen weg geben dann wieder hoch zu kommen ich habe so das gefühl wir müssen erst runter ich bin mir gerade auch nicht sicher könnten natürlich auch ich gehe einfach runter scheiß auf ich wollte mal sehen wie das mit alter grafik aussieht haltet euch fest holen ist choose Schalte es ab. Da rutsche ich rein, oder? Da rutsche ich aber rein. Ah, jetzt erkenne ich das Spiel wieder. Die Dreiecke sind unverkennbar. Ja, jetzt hat Noahs erkannt. So, das musst du jetzt funktionieren. Loslassen und wir festhalten. Ja. Ja. Medipack. Und mir fällt glaube ich gerade ein, ja, ich glaube wir haben, wir sind jetzt etwas sicherer, dass wir erst hoch hätten müssen. Aber mal gucken. Oh, die Lava, ne? Ey, Y, was heißt hier dober? Ich bin nicht der Einzige, der TTS nutzt. D, ich kann nichts erkennen, da ich es nie gespielt habe, XD. Okay. Kann ich mich hier loslassen? Boah, heiße Sache. Aber ich kann es nur empfehlen, macht echt Bock, das zu spielen, ne? Das hat hier ja auch noch Bonus-Erweiterungs-Levels am Ende dann. Aber ich glaube, die werde ich jetzt nicht unbedingt... Also wenn wir das heute noch durchschaffen, dann aber ohne den Bonus. Das wird sonst zu lang. Kann ich hier loslassen? Ja. Habe heute den ersten Teil von Du weißt schon was angeschaut? Bei der Wahl, ob ich ich Teil 2 anschaue, habe ich lieber Pfand weggebracht. Alter, Nordrack, wie kannst du nur? Ach, Nordrack. Ach, Nordrack. Soll ich den Nordrack mal vor allem hier losstellen? Damit auch alle wissen, was er meint? Wann sieben days to die? Wann sieben days to die? Äh... Ich glaube, es wird erst mal nichts, ne? Aber es hat mir ja keiner gekauft. Das ist ja... Leider... Ich glaube, wir hätten echt erst runtergemusst. Äh, hochgemusst. Scheiße. Ich hoffe, hier geht es dann schon weiter, ne? Das sieht echt so aus, wenn es hier weitergehen. Naja, gut, wenn wir das nicht brauchen und nicht zurück müssen, dann ist es halt so, ne? Vielleicht haben wir ein Secret verpasst. Aber gut, gucken wir erstmal, wie weit wir halt weiterkommen, ne? Das ist für zwar mir... Ja, stell ihn bloß XD. Stell ihn bloß. Oder er kann ja vielleicht kann der Nordrack das ja selber sagen. Nordrack, was für einen wunderschön, geilen Film. Aber ich werde mir auch noch den Rest anschauen. Vielleicht ist der Rest ja besser. Okay, okay. Ja gut, das ist so eine halbe Entschuldigung. Okay. Ich möchte ja Nordrack erzählen, um was für Film das wunderbare Film das sich handelt. Geht das da rein? Ne. Boah, Leute, jetzt wird es ja hier richtig heiß. Das ist halt wieder nur einfach ein Spruch, ne? Pferde der Ringe. Nicht von der Lava beeindrucken lassen. Das ist ein ganz normaler Sprung. Gold richtig, so war. Dordrack hat das ziemlich schlecht gemacht. Dann haben wir gesagt, das geht nicht. Du bist verblendet. Du musst nochmal gucken. Du hast das falsch in Erinnerung. Das war nicht kacke. Wie kann er nur? Genau. So, wie geht es jetzt hier weiter? Da ist ein Spalt in der Lücke. Einfach springen. Da geht es rein. Muss ich da rein? Wahrscheinlich. Aber ohne Anlauf oder sonst stoße ich mir den Kopf da um. Aber ohne Anlauf wird knapp. Also ist nicht schlecht, sondern einfach nicht gut. Also ist nicht schlecht, sondern einfach nicht gut. Ich hätte, mit der Aussage kann ja nichts anfangen, ne? Finde ich ehrlich. Was ist jetzt hier? Da liegt einfach unsere Schro... Da lag einfach unsere Schrotflinte. Habe ich es jetzt verkackt? Hätte ich schnell den Block schieben müssen? Ich glaube, ich habe jetzt verkackt, die Schrotflinte zu kriegen. Ich glaube, ich habe es echt verkackt. Ich will da durch. Ich glaube, ich habe es verkackt. Kann man das resetten irgendwie? Kann man das wieder rückgängig machen? Vielleicht, indem ich hier aufspringe? Nein? Scheiße. Ich glaube, ich habe die Schrotflinte gerade verkackt. Only Pistols Challenge. Ja, wir haben ja eh Only Pistols Challenge, aber ich hätte es schon gerne eingesammelt, ne? Für die Vervollständigung, ne? Aber gut, dann ist das so. Dann ist es so. Ich würde auch mal speichern. Aber tatsächlich, wir machen mal jetzt so einen dritten Speicherpunkt hier. Falls das hier nämlich alles umsonst ist, was wir gerade machen, laden wir einfach den oberen. Da sind wir ja wieder oben und können da dann den Ebel und so machen, ne? Weil das hier echt der falsche Weg war. Wir gleich vor einer verschlotten Tür oder so landen. So, hast keine Ausrede mehr. Weh. Hehehe. Keine Ausrede mehr. Ist da drauf, ne? So wie. P.S. Hat mich jetzt weniger gekostet als das Musik-DLC für mit D. Was? Du hast mir jetzt nicht das... Nein, bitte. Dover. Ich... Dover. Du hast mir jetzt nicht das Spiel geholt. Boah. Dann müssen wir das demnächst mal spielen, ne? Ah, dann müssen wir auch save den Mo einladen, weil die... Und Nordrack muss auch mit. Weil die haben mich... Guck Discord, BM. Die haben mich in der Vergangenheit schon dazu gedrängt. Guck Discord, ich guck Discord. Hat der nicht gemacht. Er hat mir ein Steam-Code zu dem Spiel... Alter. Ach, dover, Alter. Danke dir. Okay. Dann müssen wir es demnächst mal spielen. Okay. Dann laden wir den Mo noch ein, ne? Und den Nordrack. Wollten... Haben mich früher immer dazu gedrängt und den Zerrocks. Glaub ich auch. Habe mich immer dazu gedrängt, das zu spielen, ey. Die Lümmel. So, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ich kann da unten nochmal landen. Aber vielleicht soll ich das auch. Gar nicht. Ich will jetzt hier nicht sterben. Ich weiß. Darum kam ich da drauf XD. Wenn ich jetzt mit Anlauf hier springe, das wird doch nichts, oder? Darum kam ich da... Ach so, ja. Stimmt, du wusstest das ja. Ich versuch's einfach. Scheiß drauf. Und... Und... Ne. Ah, geklappt. Ah, geklappt. Oh. Oh, TNT. TNT. I think it's a dire mind. TNT. Okay, und ich denke, wir müssen das hier wegsprengen, ne? Der Weg ist versperrt. You cannot... ...shall not pass. Ich glaube, es tritt gerade Rass in Kraft, was ich befürchtet habe. Wir hätten erst hochgemusst. Scheiße. Kann ich rüber springen? Nee, 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 das ist... Okay, das soll wohl gesprengt werden, aber wir haben, glaube ich... Oh, warte mal. Oh, wir sind noch nicht verloren. Die eine hier kann man schieben. Wir sind noch nicht verloren. Herr der Ringe Teil 1 kann man sich anschauen, hat mich aber nicht begeistert. Da kann ich mir auch sonntags den Tatort anschauen. Passiert nicht viel, aber man wird leicht unterhalten, wenn man nebenbei noch was anderes macht. Leute, könnt ihr mir helfen, Nordrath zu bekehren? Ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann diese Meinung über Herr der Ringe nicht akzeptieren. Das geht nicht. Das ist das... Das ist das... Das ist ja... Ja, das ist ein Skandal, ist das. Ist ja im Nordrath. Ihr müsst ihn jetzt überzeugen, ne? Überzeugt ihn bitte. Ich schaffe es nicht. Dann guck weiter und schau nur den Teil mit Frodo und Sam. Dann ist Teil 1 garantiert auch für dich ein Meisterwerk. D. Wäre aber auch mal lustig, ne? Die Filme so nur aus der Sicht einzelner Charaktere zu gucken, wenn man das so irgendwie mal sich nimmt, sich das so zurechtschneidet im Schnittprogramm, dass man wirklich mal nur so den Weg von einem einzelnen Charakter sich so reinzieht. Das wäre auch uns witzig, glaube ich. Genau, er guckt den nur Frodo's Part an, aber hey, die anderen war doch auch. Ja, wenn hier nicht eine Kugel runterrollt, ne? Weiß ich auch nicht. Ich hab Angst. Ja, anscheinend nicht. Aber es wird wieder Waren. Alter. Rutsch ich da jetzt auch drauf? Dann würde ich Frodo und Sam aber rausschneiden. Der Teil ist wirklich langweilig. Wenn ich Depressionen sehen will, kann ich auch in den Spiegel schauen. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Warte mal, du, warst du nicht gerade gesagt? War der Erste? Erst sagst du, er soll nur den Teil mit Frodo und Sam gucken. Aber man rutscht den nicht, cool. Und jetzt soll... Okay. Und jetzt soll das doch nicht? Was langweilig ist? Die Kugel kam, glaube ich, ein bisschen zu früh. Das war gerade so ein bisschen Glück. Jetzt hätte sie kommen müssen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, gruseliger gewesen. War cool. Ja, bei Teil 2 und 3 nur Frodo und Sam schauen. Ach so. Dann ist alles von Teil 1 auch für Nance Keptiukla ein Meisterwerk. Ach so, meins ist da. Okay. Ach, guck mal, wir sind jetzt hier oben, oder? Dann haben wir doch alles richtig gemacht. Denn jetzt... Das war so ein Rundgang. Denn jetzt, wette ich, wird dieser Hebel... Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das TNT zünden, oder? Safe. Macht jetzt Bumm. Ich glaube, es hat Bumm gemacht. Okay, dann geht es da dann jetzt wohl weiter. Okay. Also muss ich da ja wieder rüber sprechen, Scheiß. Ich kann nur allen empfehlen, die zu einem Herr-der-Ringe-Filmabend eingeladen werden, flieht ihr Naren. Nordrhein. Flieht ihr Naren. Aber Hauptsache, er nutzt einen HDR-Spruch. Ja. Oh ja, hier ist es kaputt. Sogar die Kiste ist weg. Oh, hier liegen noch die Einzelteile. Joli. Okay, wir haben uns den Weg freigesprengt. Let's go. Was kann denn jetzt noch Böses kommen, Mensch? Wir müssen noch bald mal durch sein hier. Und wo wollen wir eigentlich hin? Wir dringen immer tiefer in den Berg ein. Und warum speichere ich jetzt? Jetzt können wir wieder auf der 2 speichern. Das war alles richtig. Okay. So. Und warum zur Hölle ist hier mitten im Berg plötzlich so ein Skaterplatz? Und warum fährt einer Skateboard? Nein, du schießt auf mich. Du schießt auf mich, Pumpe, hier ist der andere. So, du schießt. Ich glaube, ich bin aus Versehen in die Lava gefallen. Wer macht denn da auch ein Loch hin? Wer macht so was? Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Das war unser 40. Tod. Leck mich am Sack, Alter. Ich hatte definitiv nicht vor, so oft zu sterben. Zwar, wir werden bestimmt noch eins weiter zukommen. Gut, nächster Fight. Ihr merkt schon, wir machen jetzt langsam die alle fertig, ne? entspricht ja von hier. Du schießt auf mich. Du schießt auf mich, Pumpe, hä? Hier ist der andere. Du musst doch nicht schießen. Na, du Sackgesicht! Er schiebt mich einfach ins Feuer. Was? Ich hatte ihn fast. Warum? Warum? Ich habe ihn nicht getan. Warum? Der OP-Move XD Das war übel, der OP-Move. Ja, dreht er einfach um, lockt mich erst auf dieses enge Ding da, dreht sich um. Ich sage ja, die KI ist nicht so dumm in dem Spiel und das ist von der Playstation 1 damals von 1900. Scheiß jemand an. Oder? Ja. Echt mal, ey. Das ist nicht, das ist krass. Der hat mich einfach, der hat mich verarscht. schießt auf mich, schießt auf mich, Pumpe! Hier ist kein anderer. Du musst auf mich schießen. Ich muss halt immer hinter ihm bleiben, schießt auf mich. Guck, jetzt kommt wieder an sowas, ich muss vorsichtig sein. Lass ihn mal gehen. Jetzt kommt er zurück. Wo ist denn? Er kommt zurück. Kleiner Sack. Das war's wohl. Und er hinterlässt uns unsere Puzzis, die wir nicht benutzen werden. Okay. Ja, das Gewehr haben wir halt verkackt. Jetzt haben wir alles wieder, außer die Schrotbrinte. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch mal eine Chance auf die Schrotbrinte. Ich weiß ja nicht, ob der ein oder andere von euch mitgezählt hat, wie viele kleine Schergen die gute Nuttler da bei sich hatte. Und ob das der letzte war. Oder nicht. So, ja, schöner Skaterpark hier mit Lava. Die Frage ist, ob hier noch was liegt. Ja, da liegt noch was. Hier ist einfach Wasser. Oh, oh, was ist mit Valheim passiert? Wollte schauen, ob du dein Portalhaus mal gemacht hast. Der Server ist noch da, aber es ist eine neue, leere Welt. Oh, oh. Wirklich jetzt dover? Ich habe nichts verändert. Ich habe eigentlich noch drei Tage. Dann muss ich den wieder neu bezahlen. Ich habe nichts gemacht. Hat sich da was verbuggt? Wirklich eine leere Welt? Oder bist du nur woanders gespawnt? Das wäre ja kacke. Ich habe wirklich nichts gemacht. Gar nichts. Der lief noch. Ich habe gestern geguckt. Der hatte noch vier Tage. Boah, ich hätte wieder pehlen müssen. Ist komplett clear. Bin beim Spawn-Gaspond. Map ist unerforscht und keine Base da. Okay, vielleicht muss ich mal neu starten. Ich weiß nicht. Aber ich habe eigentlich nichts verändert. Ich springe jetzt ins Wasser. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Oh, es geht auf. Das ist ein Secret. Da werde ich mal nachher gucken, was da los ist. Aber ich habe dir eh gesagt, ich will das ja nicht mehr bezahlen, weil ja eigentlich keiner mehr spielt. Das sind ja ein Myth auf Empires eigentlich. Wie komme ich hier wieder raus? Muss ein frecher Tummel. Ich habe ein Richtiges gelöscht. Ich wollte das vielleicht wirklich noch bauen, ohne Scheiß, so als Abschluss auf dem Server dann. Aber dann hat sich das erledigt, wenn es jetzt wirklich weg ist. Ich hoffe nicht. Aber ich habe noch die ganzen Aufnahmen. Ich muss nur die Videos mal schneiden, nicht immer zu faul sein. Die ganzen Abenteuer sind ja dokumentiert. Die müssen nur noch hochgeladen und geschnitten werden. Aber so sechs, sieben, acht Stunden Videos, das dauert. Mit drei Tagen Zeitdruck das noch bauen? Oh, oh. Ja, ich hätte es dann zur Not nochmal im Monat gepayt, aber dann wäre Schluss gewesen. Ich gucke mal nachher, was da los ist. Ja, gut. Das war ein Secret. Haben wir eingesammelt. Ich glaube, weiter ist hier auch, glaube ich, nichts. Obwohl hier natürlich Potenzial ist, dass hier noch irgendwie versteckte Sachen rumliegen, ne? Aber keine Ahnung. Wie viele Secrets gibt es hier denn? Drei und eins haben wir. Ja. Ah, guck, da liegt noch was. Gut, wir gehen mal weiter. Wir haben ja noch zwei ultra heftige knackige Levels danach vor uns. Wir wollen das vielleicht hier heute schon beenden. Hier geht's weiter, ne? Es soll auch nicht zu spät werden, weil dann sind ja wieder die ganzen Leute offen, ne? Die meisten. Ich weiß nicht, wie lange habt ihr Spielzeit. Das kriegen wir heute noch durchgespielt, oder? Komm. Ich kenne die Levels danach sehr gut. Die sind zwar schwer, aber relativ linear und einfach nur durchlaufen. Bleibt man nicht hängen, oder so. So, aber das sieht mir hier sehr gefährlich und verdächtig aus jetzt, ne? Na gut. Ich bin noch nicht mal zwei Stunden aus dem Bett. Ey, Kugel. Also, ich hab Zeit. Noch ne Kugel? Kannst du mich raten? Noch ne Kugel. Uh. Ich bin noch nicht mal zwei Stunden aus dem Bett, also ich hab Zeit. Okay, ja gut. Guten Morgen nochmal, ne? Was? Wo? Uh! Da kommt einfach noch eine von der Seite. Wie ich auch nach hinten gucke, ne? Als ob die nach oben rollt. Okay. Gut. Weiter. So, wie müssen wir hochklettern? Na ja, laut Flat Earth Lern ist Schwerkraft eh ne Lüge. Also können die auch hochrollen. Stimmt eigentlich, ne? Dora? Ja. Und sein. Ich roll nie hoch. so. So, wir sind im Herzen des Berges. Und, oh Spoiler Alarm, oh Spoiler Alarm, oh Spoiler Alarm, in diesem Berg schlummert etwas. Eventuell betreten wir das gerade so leicht. Aber was denn, wie geht's hier weiter? Wie geht's hier weiter? Die alte Grafik verrät es wahrscheinlich eher als die neue. Aber auch da sieht man's, wenn man genau hinguckt. Dieser Block hier sieht seltsam aus. Wie die einfach aus dem Stand circa fünf Meter hoch springen kann. Holy moly. Ja, ja, die hat richtig trainiert, ne? Weitsprung, Landsprung, auf die Fresse Sprung und alles. So, das muss ich mal gucken. Jetzt gibt's hier so'n kleines, ekliges Schiebe, naja, was heißt Rätsel, aber hier muss man jetzt, glaube ich, richtig die Sachen schieben. So, der Block ist jetzt da und der kann nur da sein, weil ich sonst nicht mehr rauskomme. Also, der ist schon mal richtig. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Da ist jetzt wieder ein Block. Den könnte ich erst mal zu mir. Das mach ich auch mal. Da in der Ecke stört er dann keinen. Dann baller ich den in die Ecke. Boah, neue Steuerung, Junge. Okay, da stört er keinen. Na, das ist gut. So, jetzt bin ich hier. Die Tür ist zu. Okay, geht's nur runter. Wir gehen nur runter. Hier ist wieder ein Block. Den kann ich jetzt nur schieben. Ich kann ihn nicht schieben. Okay, dann muss ich ihn einmal ziehen. Das kann ich, aber ich komm halt da nicht durch. Das heißt, wir müssen anders durchkommen. Okay, wir haben den jetzt einmal gezogen. Gehen wieder hoch. Das ist ungefähr hier unter uns jetzt. Der ist egal. Der geht hier runter. Das war der, ne? Dann muss ich den jetzt, glaube ich. Eieieiei. Was ist denn das? Warte mal. Wo sind wir reingekommen? Ich glaube, der muss woanders hin. Aber, hä, geht der nicht. Dann komm ich nicht zurück. Doch, warte. Nee, eben nicht. Was ist, wenn ich den erstmal wieder... Bist du, schon bin ich am Arsch. Wenn ich den jetzt wieder reindrücke? Ah. Nur halb ziehen. Okay. Nur halb ziehen, ja. So, wir haben jetzt den wieder reingedrückt. Jetzt ist hier ein Hebel und eine Tür. Ich mache den Hebel. Wenn die Tür öffnet sich, ist es aber nicht die Tür hier neben uns. Dann war das die andere da oben. Dann gehen wir wieder hoch. Genau, die ist jetzt offen. Wir gehen rein. Und wir gehen hier runter. Und wer hat es gedacht? Ein Block. Den können wir definitiv nur schieben. Geschieben. Geschieben. Noch eine Tür. Können wir ihn nochmal schieben? Nein. Noch eine Tür. Die geht einfach auf. Und wieder zu. Weil es ein Arschloch ist. Okay. Das ist... Verarscht dann die Tür. Guck mal. Komm doch, du kannst hier rausgehen. Okay, ich komme. Nö, 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 nö. Ne, verarscht. Ich gehe wieder zu. Aber hier ist ein Hebel. Okay. Und das öffnet jetzt die Tür, die wieder unter uns ist. Das ist so unnötig, ne. Das ist einfach nur eine Verarsche-Fak-Tür. Jetzt musst du wieder zurück. So ein Abfahrt. Runter? Und hier ist jetzt offen. Fuck. Ne, nicht runter. Ne, ne, hoch. Hier rüber und dann runter. Hier runter. Und hier ist jetzt offen. Jo. Wir haben es geschafft. Speichern. So. Und jetzt hier nochmal eine reguläre Chance auf die Schrotflinte. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Der letzte Scherge. Mit der Schrotflinte. Die macht Dauer ein. Wenn der mich erwischt. Und den laufen wir um ihn rum. Das ist der Sack, der uns festgehalten hat. Außen. Das ist richtig aktiv. Warum gehst du eigentlich nicht einfach vorne rein? Ich mein, da die Mechanismen alle noch aktiv sind, müssen diejenigen, die du drinnen tötest, ja einen anderen weg genommen haben. D. Das muss ich jetzt nochmal lesen. Warum gehst du eigentlich nicht einfach vorne rein? Ich mein, da die Mechanismen alle noch aktiv sind, müssen diejenigen, die ihn drinnen tötest, ja einen anderen Weg genommen haben. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. So. Jetzt haben wir alle Waffen wieder zurück. Im Tomb Raider gibt es nur vier. Im ersten Teil. Später läufst du sogar teils mit einer Panzerfaust rum. Aber das sind andere Teile. Wir haben alles wieder zurück. Aber wir benutzen ja nur die Pistolen. Und ja, ihr seht jetzt das große Ding. Was hier im Berg schlummert. Es ist eine gigantische, große Pyramide. Und da wollen wir reingehen. Denn anscheinend ist die Nadja da drin. Und deswegen wollen wir da auch rein. Weil wir wollen ja unser kleines Ad Fakt wieder, um das bei uns zu Hause ins Regal zu stellen, ne? Dafür kann man schon mal sein Leben riskieren. Aber wie kommen wir da rein? Dann fern wir mal rein. Dann bist du drin. Ja, ne? Wir bräuchten dann Scotty. Äh. Hier sind wir reingekommen. Ne, hier sind wir reingekommen, sprich das hier, da ist die verarsche Tür und das ist noch zu. Ok, ja, wie geht es weiter? Wir sehen hier schon mal so ein paar komische Einkerbungen in der Pyramide, ne? Und ich sehe da auch einen Eingang links, rechts ist nichts. Und wir benötigen irgend so ein Ding, so ein Pyramiden-Ding, um hier reinzukommen. Ja, dann kombiniere, kombiniere, müssen wir glaube ich da hinten rein. Aber ich glaube das ist ein bisschen weit, ich glaube wir müssen erstmal uns hier hocharbeiten. Und dann von oben wahrscheinlich da so rein zu rutschen, ne? So. Und jetzt so rutschen wir da einfach. Das war aber knapp. Rein in die Lücke. Und hier ist ein Hebel. Und was hat der Hebel gemacht? Wir wissen es nicht. Hat der etwa, nein, dafür brauchen wir so einen Schlüssel. Aber was hat der getan? Hat er, er hat die Tür geöffnet. Da liegt Munition und legen. Und der Schlüssel! Aber da wollten sie auch einfach nur das Level beenden, ne? Da hätte man noch mehr draus machen können jetzt hier um den Schlüssel zu kriegen. Aber cool. Im Grunde ist es okay. So, Leute. Seid ihr bereit für das absolute Finale? Die letzten zwei finalen Levels. Wir gehen jetzt in die große Pyramide rein. Was wird uns erwarten? Let's go. Rein in die Olga, wie man so schön sagt, ne? Rein in den Spaß, rein in die Kammer, in die Brutkammer des Todes. Nichts. Nichts. Genau. Ende. Das war's. Spiel durchgespielt. Wegen Sparmaßnahmen wurden die letzten zwei Level nicht erstellt. So, jetzt kommt, ich glaube, das Level, wie heißt denn das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Eine Sequenz. Na klar. Und das Ding, was wir haben wollen. Was tut sie da? Was ist das für ne Frisur? Das geht gar nicht. Was ist das da an der Wand? Das sah aus wie ein ekelhaftes Ei. Oha. Oha. Ein Teil des Berges ist abgesprengt worden und ein kleiner Teil der riesigen Pyramide ist zum Vorschein gekommen. Bespeichern. Nattla hat irgendwas aktiviert. Sie hat die Pyramide aktiviert. Und das Level heißt einfach nur Atlantis. Ist das Atlantis Atlantis? Als wäre der Berg über die Pyramide gewachsen. Berge können doch NCIHT wachsen größer als. Kleiner als das kriegen nicht mal Atlanta hin. Das ist eigentlich recht doofe. Also das sieht hier von innen aus nicht wie man das in der Pyramide aber hatten würde tatsächlich. Wie sieht das mit der alten Grafik aus? Wild. Sehr wild. Gut. Also ich erspare euch hier komplett die alte Grafik. Ist einfach nur hässlich. Jawohl. Wir gehen rein. Also alles was jetzt folgt ist einfach nur tot. Wir sind jetzt im Herzen keine Ahnung wie nennt man das. Das ist eine außerirdische Zombie Monster Fabrik. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Okay. Schaut euch mal diese komischen Eier an. Fällt euch was auf. Es gibt welche die bewegen sich. Wo sich diese komischen Nabelschnurdinger an der Seite bewegen. Und es gibt welche die bewegen sich nicht. Gespeichert habe ich ja ne. Sagen wir so. Die sind vielleicht. Abschlüpfen. Oh Gott. Ich hab direkt die zweite gefiltert. Das mit den Pistolen Junge. Okay. Das ging eigentlich ganz gut. Das ging eigentlich ganz gut. Die speichern wir direkt mal weg. Okay. Ja. Also. Dann haben wir es gelöst. Das Ding. Die ganze Pyramide ist quasi mehr oder weniger am Leben. Das ist quasi auf alter Grafik sieht man das ein bisschen verdeutlichter. Also die Wände sind überzogen von Adern. Gewebe. Organischem Gewebe quasi. Das ganze Ding ist irgendwie am Leben. Ja. Das ist hier irgendwie. Ich weiß nicht was du hast. Doppelpistole ist doch OP. Ich freue mich immer wenn ich das bei Left 4 Dead kriege. Ja. Left 4 Dead. Ja. Doppelpistole. Wird schon ausreichen. Okay. So. Also ich bin jetzt kein Alien Arzt oder Anatomie Experte aber das Ding da hinten bewegt sich auch noch. Ich glaub das schlüpft wenn wir zu nah rangehen und es unsere Vibrationen wahrnimmt. jetzt. Let's go. Gar kein Bock. Hab nur noch Hälfte Leben. Aber naja. Oh holy. Aber besser schießen als sie knabbern. Weißt du was ich mein? Aber jetzt fängt er an zu knabbern. Schieß doch lieber wieder. Okay. Okay. So weit so gut. Okay. Ja. Also irgendwelche Aliens machen sich hier breit. Nadler ist wahrscheinlich dafür verantwortlich. Züchtet die Viecher hier. Keine Ahnung. Will damit die Welt erobern. Oder einfach nur ein paar Freunde haben. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen dem Ganzen ein Ende bereiten und unser eigentliches Ziel. Kannst du das in aller Grafik spielen? In alter Grafik? Das ist das. Das ist ganz eklig. Das ist ja. Ah die Wände sehen schon irgendwie lustig aus. Da sieht man so ein bisschen auch die. Aber es geht eigentlich. Ich würde mehr in alter Grafik spielen. Das Problem ist nur wenn ich auf alte Grafik stelle. Gehen auch die FPS auf alt. Du hast dann irgendwie nur 30 FPS. Aber das ist schon eklig. Und wenn du auf neu stellst ist es übel smooth und flüssig. So gut. Wir müssen Nadler aufhalten. Aber das geheime Ziel von Lara ist ja eigentlich nur sich das Ding ins Regal zu stellen. Ist ja scheißegal was hier abgeht. Wir wollen einfach nur unseren Schatz wieder haben. Aber wenn wir dabei natürlich nebenbei einen positiven Nebeneffekt haben. Dass die Welt nicht untergeht. Dann kann man das ja schon mal machen. So. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Ohne Scheiß. Mir war so als würde es hier einfach da links rechts weiter gehen. Aber lass dir zu. Mal Schluss. Ah. Geht automatisch auf. Okay. Wer hätte es gedacht. Dann gehen wir rein. Also so habe ich mir Atlantis nicht vorgestellt. Bin ich ehrlich. Ich habe mir so eine prachtvolle Unterwasserstadt vorgestellt. Mit ganz viel Moos und Gold und weiß ich nicht. Gleich ein bisschen Jade. Aber naja. Du hast ja auch befallen die Scheiße hier ne. Von irgendwas. Eklig immer. Ohne Haut. Bei Haut hat das Geld nicht gereicht glaube ich. Ich nehme lieber das Atlantis durchs All fliegen kann aus Stargate. Haha. Jo. So. Wir müssen mal jetzt hier. Okay. Wir haben da unten. Nämlich noch zwei Eier. Drei Eier. Ein Ei. Wer ist geschlüpft? Es ist ein. Es ist die Luftwaffe. Ich wollte gerade sagen explodiert bitte nicht in meiner Fresse. Es explodiert in meiner Fresse. Okay. 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 Also es ist mir in der Fresse explodiert. 42 Tode. Junge. Schande. Jetzt muss ich den nochmal machen. Ohne. Explosion. Explosion. Komm. Bleib aufschießen bitte. Bleib einfach aufschießen. So wills. So wills. So wills mir am liebsten. Schön hin und her. Jumping up. Clean. Clean. Jetzt wieder hier hoch. Wenn ich an den Endgegner denke und das würde ihn nur mit Pistolen angehen, wirds mir eh schon schlecht. Aber gut. Der kommt ja jetzt noch nicht. Er kommt später. Dann speichere ich nochmal, falls ich jetzt wieder hochgejagt werde. Nehmen wir ein großes Midi-Kit, sonst fühle ich ja gleich wieder in die Luft. Das wäre der eine Zucker noch gewesen, der mich gekillt hätte, ne? Safe. Warum schlüpft das Ding überhaupt? Die Nabelschnur wobbelt doch bei keinem weiteren Ei mehr. Hehehe. Vielleicht hat die angefangen zu wobbeln. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es zufällig genau dann reif geworden so. Keine Ahnung. Hehehe. So eins ist da unten noch, aber das scheint echt noch still zu sein. Mal gucken. Ich verarsche einen auch manchmal, ne? Dann wobbeln die nicht. Ich gemein. Oh, der wobbelt. Da ist ja noch ein zweites. Der wobbelt aber sowas von. Das ist ein Wobbler. Bitte kein Flugvieh. Bitte kein Flugvieh. Was bist du? Was bist du? Es läuft. Aber halt. Scheiße, das würde jetzt hier hochkommen. Das würde jetzt hier hochkommen. Oh mein Gott, das ist mir oben. Bummi. Okay, im Kreis rein. Im Kreis rein. Immer im Kreis rein. Es geht. Einfach im Kreis rein. Aber bitte nicht so doll explodieren. Okay. Okay, okay. Okay. Den halten wir erledigt. Sind wir von da gekommen? Ja. Ja, sind wir. Ja, doch sind wir. Dann muss er jetzt hier irgendwo noch was sein. Hebel oder keine Ahnung. Zuge Tür. Ja. Ja, die cheaten safe. Die cheaten. Hier ist ein Hebel. Er macht die Tür auf. Cool. Wie unnötig. Noch ein Hebel. Hätten sie es nicht bei einem Hebel belassen können? Was macht der jetzt? Oh, 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 oh. Das letzte Ei wobbelt. Seht ihr es? Es hat angefangen zu wobbeln. Ich mag das Wort wobbeln. Ich hab ja gut gefunden, Jura. Die wobbeln. Was bist du? Nein. Luftwaffe. Geh doch weg. Geh doch nach Hause. Scheiße, ich bin jetzt zu Hause. Seid ganz freundlicher. Boah. Okay. 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 Das kann man jetzt wenigstens akzeptieren. Das wurde durch das Betätiogen des Hebels aktiviert. Aber die beiden davor waren einfach zu random. Ja, ne? Okay. Okay. Die Tür war jetzt noch zu eben. Ich speichere das Ganze mal fort. Und dann gehen wir jetzt mal hier runter. Das ist gerade aufgegangen. ein Hebel. Das sieht, wenn man das so von der Seite sieht, aus wie so Zähne und Mund, ne? Was soll das sein? Das sieht eklig aus. So. Ja, Leute. Vor uns liegt der Main Room of the Doom. Ich werde jetzt ein kleines Medipack nehmen. Ich muss. Ich werde speichern. Ich werde den Medipack-Counter einstellen. Zwar ein kleines. Und wir werden den Main Room betreten. Mit gezückten Waffen. Der Main Room ist sehr groß und sehr hoch. Und da fliegt jemand. Na, komm runter. Der trifft ja uns. Ja, der schießt doch ganz scheiße. Zu schießen, nur so. Okay, so gehts auch. Aber das wird dauern. Okay. Ah, hier ist viel Panic-Speichern auf jeden Fall angesagt. Oh, der ist weggespeichert. Ich glaub, es waren zwei, oder? Hm, okay. Ja, heiße Sache. Ähm. Da unter uns ist was. Ich glaube, es könnte ein Secret sein. Ui. Licht auf jeden Fall im Medding. Es ist ein Secret. Gut. Let's go. Ziemlich hitzeresistent, die gute Dame. Oh ja. Oh ja. Das ist sie. Okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Oh. 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 Oh mein Gott. Da hab ich mich fast eingeklappt. Das hab ich mich nicht mehr daran erinnert. wenn ich mich alle 20 k bolden bin. Oh, wir sind wir drüben, ich dachte wir werden da drüben. Aber wir sind schon drüben, da müssen wir jetzt da rein wieder, ne? Oh, Junge. Oh, Junge. Oh nein, noch mehr Eier. Leute, noch mehr Eier. Aber sie wubbeln nicht. Du bist artig. Ey, das ist bestimmt so ein richtiges Arschloch-Ei, ne? Ich wette, wenn ich, sobald ich drüber springe. Ah, da ist auch noch ein Eingang. Ist das wieder ein Secret? Hier ist ein Hebel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh, das hat bestimmt das Ei jetzt aktiviert. Nee, es wubbelt noch nicht. Oder das was? Es wubbelt noch nicht. Oh, safe. Safe, was ich gesagt habe hier. Erst, wenn ich rüberspringe. Richtiges Arschloch-Ei, ist ein richtiges Arschloch-Ei. Keine Wobble-Time. Oh, oh, seltsam. Ja. Safe, wenn ich rüber... Ey, 100 Euro, wenn ich jetzt da rüberspringe, geht das auf. Das ist ein richtiges Arschloch-Ei-Safe. Pass auf, ich mach's. Du Kackfee und natürlich ist es Luftwaffe. Let's go. Können wir das eigentlich auch wegrennen, ne? Aber so bin ich nicht. Komm her. Komm her, du Arsch. Wo bist du da, Sackrate? Komm, hier oben wartet essen. Oh, oh Gott. Schnelle Hände. Battle Royale. Ja, Battle Royale. Ja, sei buggy. Mach weiter, du. Ja, perfekt. Geil, ohne Damage. Er hat sich lieber entschieden, im Kreis zu rennen. Finde ich gut. Essen hättest du wohl nicht erwähnen sollen, XD. Ja, kam er direkt. Okay, haben wir hier so eine Seitenwand von der Pyramide von innen. Und da jetzt... Okay, hier wollen wir auch hier. Da sind Stacheln. Da möchte ich nicht reinrutschen. Und... Da ist ein Hebel unter Wasser. Ich glaube, kommen wir dann wieder aus dem Wasser raus. Da unten, ne? Ja, hier können wir raus. Dann machen wir erstmal einen Hebel. Ein Under-the-Water-Hebel. Please tell me. I'm under-the-water, please. Was machst du? Okay, irgendeine Tür ist aufgegangen. Die Tür ist aufgegangen. Okay, okay. Die Frage ist, bleibt die offen? Jetzt muss man da raufspringen. Oh, Glück gehabt. Kommt ja eine Kugel runter. Okay, ich wusste das. So, da würde ich bestimmt auch nicht reinfallen. Die Tür ist aber weit jetzt darüber, ne? Kugel? Keine Kugel. Die Tür ist zugegangen. Es ist mit Timing. Oh mein Gott. Ich muss da mit Timing rüberspringen. Das ist natürlich ekelhaft. Aber gut, ich gucke erstmal. Gibt da noch eine Kugel? Ne, da war es nicht oben drin. Vielleicht ein Secret. Nein, ein Secret. Ja, nimm erst das linke. Okay, cool. Okay, also es ist mit Zeit hier. Dann können wir erstmal hier runter. Mit Zeit müssen wir da rein. Okay. Ja, dann müssen wir das machen. Let's go. Wir sind jetzt hier einmal speichern. Direkt vor dem... Muni, die du eh nicht brauchst. Und Medkit, das du eh nicht brauchen willst. Genau. Und weil du schon zu viele hast, auch eh nicht mehr brauchst. Ja, aber wir sammeln die natürlich der Ervollständigung halber ein, ne? So, und jetzt schnell. Oh, ich brauche zu lange. Oh, dieses Schwimmen. Ich glaube, ich brauche zu lange. Tempo, Tempo, Tempo. Damit sind nicht Taschentücher gemeint. Und Sprung. Und... Nein! Ah doch, das geht, das geht, das geht. Und Sprung. Und Sprung. Da kommt doch noch eine Kugel, die Sau. Die dreckige... Und rein. Wir sind drin. Loi, beim ersten Mal kam die Kugel da nicht runter. Beim ersten Mal kam die Kugel da nicht runter. Kam da noch eine Kugel runter. Aber wir sind drin. Wir sind drin. Aber das sieht nicht freundlich aus hier drin. Hier ist noch eine Tür. Die wird bestimmt wieder raus auf der anderen Seite. Da war die Kugel wohl deaktiviert, weil die Türe wieder zu WXD. Das kann sein, ja. Da geht's rein. Und hier ist ein Hebel. Was macht der? Die Tür hinter uns ist aufgegangen. Und jetzt habe ich Paranoia, ob hier auch wieder Timing ist. Aber ich glaube nicht. Machen wir einfach mal schnell. Hier wieder rein. Jetzt können wir da hoch. Okay. Die ist offen geblieben jetzt, wo wir einmal durch sind. Und wenn wir das hier einsammeln. Da geht's noch weiter, ne? Gehen wir da rein. Munition. Und ein weiterer Hebel. Eine Ahnung, was der gemacht hat. Oh. Jetzt weiß ich, ich sehe, was der gemacht hat. Ich glaube, der Raum wurde mit Lava geflutet. Oh, oh. Ich bin gerade auch unschlüssig, ob ich jetzt hier mit Anlauf springe oder lieber nicht. Oder lieber nicht. Wenn sie weg sind. Ich frage mich nur, warum man sowas so kompliziert baut. Wer da drin wohnt, will doch nicht jedes Mal diese ganzen Parcours machen. Oh, oh. Wirklich, ne? Boah, jetzt ist der Raum hier. Ja, guck mal. Die Dinger sind aufgegangen. Und die Lava ist raus, die Flosse. Gut. Soll uns aber nicht weiter aufhalten. Wir können klettern. Ja, vielleicht wurde das von so Parcours-Profis gebaut, die da drauf stehen oder so. Boah. Weiß nicht. Ich glaube, das unten geht nicht so aus. So, das haben wir geschafft, weil es geht weiter. Kommen wir jetzt eventuell ein Stockwerk höher. Müssen wir uns etwa diese ganze Pyramide bis in die Spitze hocharbeiten? Man munkelt. Man munkelt. Stacheln. Wasser. Munition. Verschlossene Tür. Ah, Hebel dafür. Tatsächlich, wir sind Stockwerk höher. Stockwerk höher heißt hier immer neue Luftwaffe. Safe, oder? Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Nicht schon wieder. Ich bin zum zweiten Mal drauf reingefallen. Was? Luftwaffe. Oh, diese Arschloch-Tür, ne? Was hier drin ist einfach Arschloch. Kommen wir. Kann ich den mit der Tür töten? Das wäre witzig. Dann fliegt der jetzt weg. Wie war das Zauberwort? Futter. Siehste? Futter. Warum auch immer die Tür erst reagiert, wenn du durch bist. Erst tot. Ja, das ist wahrscheinlich so. Das ist drohdes Erschrecken. Richtig gemein, ey. Ich muss jetzt wieder durch, ey. Ich glaube, ich springe da ganz schnell durch. 3, 2, 1. Mein Gott. So, vorhin waren wir dann hier unten. Das sind wir hier oben. Vor uns liegt aber noch ein bisschen. Das geht noch eine Weile hoch. Ich kann nicht mal bis ganz nach unten gucken, oder? Da hoch müssen wir. Das ist noch ein Stück. Aber so viel ist es nicht mehr. Ach, sagte er und fand sich in einem Raum voller Eier wieder. Nein. Nein. Daran erinnere ich mich doch gar nicht mehr. Es waren das echt so viele. Oh mein Gott. Und hier sind einfach 5 Hebel. Safe, jeder Hebel weckt irgendein Kackding, oder? Oh, nee, Junge. Das mit den Pistolen. Hätte ich hier die Uzzis oder so, dürfte ich die benutzen. Das wäre ja easy, ne? Aber mit den Pistolen ist das echt krampf. Die so lange leben, ne? Fangen wir an mit dem ersten, ne? Das kann man ja nicht ändern. Ich glaube, wir müssen natürlich auch alle triggern, damit die auch irgendwas auslösen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht öffnet das was. Ja, ja, sind Türen unter Wasser. Okay, dann müssen wir durch. Wer wobbelt? Keiner. Vielleicht kommen die... Wann wären die safe wach, ne? Was aber bitter wäre, wenn die alle auf einmal wach wären. Okay, nächste. Fünf Hebel, vier Eier. Realistisch könntest du durch, ohne einen zu wecken, BNEN, du den richtigen erwischst. Da es aber ein Spiel ist, ist die Reihenfolge egal. Es ist immer der letzte Hebel. D. Ja, ich glaube, ich habe schon verkackt. Guck mal, das Rohrbild. Aber ich hoffe immer nur einer. Das wäre ja okay. Nicht zwei. Bitte. Bitte nicht. Aber kann ich so am Rand langlaufen, so, dass die nicht triggern? Ich glaube, es wäre jetzt auch blöd, die erstmal alle zu aktivieren und dann, dann werden die nämlich mit einmal wach, ne? Vielleicht sollte ich den jetzt klatschen. Muss er da noch hin, in die Ecke. Ich glaube, es wäre schlau, den jetzt erstmal zu klatschen alleine, bevor ich hier alle aktiviere. Ja, komm. Moin, Halt. Okay, das war halbwegs okay. Dann, nächster Hebel. Wobei das Wasser hat oder so. Gibt es hier nur unter Wasser Viecher? Nein, das wird noch fehlen, nur so Viecher unter Wasser. Das, das, das würde mich brechen. So, next. Oh, direkt geschleppt. Oh mein Gott. Das ist ganz schlecht. Da ist ganz, es ist noch einer geschlüpft. Ich bin, ich bin gebumst. Ich glaube, an Viecher unter Wasser würdest du dich erinnern. Ja, da sind zum Glück keine, aber das ist ja heftig. Alter, es sind zwei. Ich packe mir einen. Stirb, 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 du bist doch bitte. Du hast doch schon angekündigt. Oh, 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 ich bin bloß versichern rausgetappt vor Panik. Ich nehme ein großes fürs Protokoll. Einer ist tot. Okay, okay, so weit, so gut. Wie viele haben wir eigentlich noch? Zwei, ne? Einer nur noch. Okay, einer nur noch. Aber zwei Hebel. So, aber du hast halt recht. Da liegt Munition. Ein Tor. Dann ist doch ein Hebel mit einem Arschlochhebel, oder? Weichern? Ein Hebel ist safe ein Arschlochhebel. Also ein richtiger Arschloch, Arschlochhebel. Oder waren es wirklich fünf Tore? Okay, du bist noch nicht da bereit? Ja, wir müssen alle machen. Jetzt wird der letzte wach. Oder? Ja. Bobbel die Bobbel, da ist der letzte wach. da ist der letzte wach. Ja, so ist gut. Perfekt. Damit können wir jetzt da unten durchtauchen, ne? Jo, jetzt komm. es geht weiter. Zweimal bist du mit deinem Gehüpfe in die langsam fliegenden Geschosse reingesprungen, XD. Ja, scheiße. Aber zum Glück machen die diese kleinen Geschosse zum Glück nicht so viel, aber es geht. Es sieht hier eklig aus mit den Wänden, ne? Guck mal, ein Alt. Oh, Augen, Augenkretze, Junge. Okay, was ist das für eine Teufellei jetzt hier? Für ein Wesen? Jetzt auf jeden Fall mal ein Hebel. Tür geht auf. Okay, warum, hä? Epileptischen Incoming. Epileptischen Incoming, warum ist diese Kugel so früh schon gerollt? Habe ich was verkackt? Das ist ein Block. Dann kann man schieben, ziehen. Aber wo hinten ist mir jetzt noch nicht schlüssig. Da kam die Kugel raus. Und hier ist... Einmal rumlaufen. Okay, ich muss wohl dahin, wo die Kugel jetzt steht. Aber die Kugel steht da. Das heißt, ich werde die bestimmt... Aber warte mal, ich wette, ich kann die resetten. Wenn ich hier zurückgehe, wird die bestimmt resettet. Oh, warte mal, brain move, brain move. Und wenn die resettet ist, wollt ihr ja wieder runter, sobald ich da hinten stehe. Aber wenn die Kiste... Hier steht, wo ich die jetzt hinstelle... Müsst die Murmel ja dann hier aufhören, ne? Hier gegen Ballon. Und dann ist der Weg frei. Ja, das ist es. Das ist es. So. Oder? Ja, Murmel ist wieder weg. Können wir noch einmal auf die 42 Tode eingehen? Spritzi fipsi. Moi. Ja, das war eine ganz... Das war eine Verkettung von ganz viel Pech und... Das war... Ach, guck mal, ich hatte recht. Das war, ähm... Peinlich ist das. Ja, es ist peinlich. Mann, ey. Tut mir leid. Also, eigentlich ist es schon wirklich peinlich, weil... Hi. Ich das halt schon Millionen Mal durchgespielt habe. Aber nicht nur mit Pistolen. Das muss man... Das ist das... Das ist für mich das erste Mal nur mit Pistolen, ne? Das ist schon deutlich schwieriger. Das kann doch nicht wirklich der Weg sein. For real. Kugelreset. Oh. Oh, das ist never, wie es sein soll, oder? Kugelreset, doch, doch. Boah, guck mal, wie weit oben wir schon sind. Ach, na klar. Luftwaffe. Jonathan. Spannen die Flügel. Was ist er eigentlich, oder? Feb, feb, feb. Feb, feb, feb. Bist du nicht fast durch mit dem Spiel? Da, äh, sieht so nach Ende aus. Ja. Ist das vorletzte Level, Sorago. Danach kommt nur noch eins. Das besteht eigentlich nur aus... Ah, werdet ihr ja sehen. Jetzt sitzt er auf der Lava da drauf. Was sagt? Jetzt komm ich nicht mal hoch. Ich will dich abknallen. Ja, so schön nah, ne? Wird mich hier runter schrubsen in dem Stück. Ja, lass dir Zeit. Das ist gut, das ist gut. Das ist schön Zeit. Sehr gut. Chicken attack. Perfekt, perfekt. Sniper Alamoin. Sniper Sniper? 0-1 Sniper? Naja, in Lul stirbst du mindestens genauso oft in einer Runde Lach. Ich hab neulich mal wieder eine Runde gespielt nach Ewigkeiten. Fipsi, das war ganz wild. Direkt wieder aufgehört. Oh Gott, wieder Eier. Nein, Ostern ist vorbei. Ich hätte das Ostern spielen sollen. Ich hab's ja Ostern angefangen, ne? Ja. Ah! Ekelhaft. Okay, okay, okay. So nett, der Sniper. Ich hab mich überlebt, hab die ganze Zeit. Ich bin grad rausgetappt, hab bei Twitch gedrückt. Okay. Speichern wir weg. Leben geht noch. Oh, der zweite wobbelt. Der zweite wobbelt. Ist das auch ein Flugvieh? Oh, Feuerwelle. Leck mich, leck mich. Okay, ich nehm' großes. Ich nehm' großes. Warum hast du's überlebt? Habe ich das davor eigentlich ins Dings reingenommen? Komm schon! Okay, ich bin mir grad nicht sicher, ob ich das Medikit davor in die Dings überlebe. Nein, hast du glaub' nicht eingetragen. Gut, dann haben wir jetzt zwei mehr. Dann haben wir jetzt 16. 17. Okay. Okay. Das sieht ungesund aus. Das ist jetzt Poker, ne? Auf welche der Flächen kann ich springen, ohne runter zu rutschen? Auf die eins in der Mitte? Also auf die links, rechts und in der Mitte? Oder auf die da in der Mitte? Versteht ihr euch mal? Zwei oder drei? Die werden mehr. Keine Ahnung. Okay, ihr müsst sagen, auf welche soll ich springen? Auf die roten oder auf die weißen? Nein. Ich hab' keinen Plan. Ich würd' fast schon sagen... Ne, entscheidet ihr. Guckt euch das genau an. Der Erste, der schreibt. 1,2 oder dritte und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn du überlebt. D. Ja, aber... 1,2... Welche soll ich nehmen? Ahnung. Ich würd' fast schon sagen... Die roten, ne? Guck mal, das... Das deutet... Da liegen ja die Items oben drauf. Soll man jetzt denken so... Ach guck mal, ist ja safe, weißt du? Ich glaub' es sind die roten. Ich glaub' es sind die roten. Die sind nicht so steil. Ich versuch's. Jawoll. Aber warte mal. Ja, ne, geht wirklich nicht. Krass. Die Weißen hätten uns getotet. Gut. Wir kommen weiter. Nächster Raum. Noch mehr Eier. Langsam reicht's mit den Eiern. Boah, was geht hier ab, Junge? Was ist das da? Guck mal, alte Grafik, gab's das gerade? Oha, da schwebt... Okay. Die alte Grafik hat uns was gespoilert. Da hängt wieder so ne Luftwaffe an der Decke. Sieht man so gar nicht, ne? Eieiei, so ne Eierei. So ne Eierei hier, ey, wirklich. Der wobbelt da, ne? Ja, der wobbelt. Scheiße, was ist das? Wo muss ich denn überhaupt hin? Oh, da ist er. Sehr gut, sehr gut. Kein Damage. Ich sammle das da erstmal ein. Da liegt noch was. Denk mal, ich komme jetzt hier geradeaus nicht weiter, ne? Eieie, was ist das da oben, Junge? Als würdest du durch den Dickdarm von irgendwem latschen und das sind halt die Bandwürmer, die mutiert sind und dich angreifen. Genau, genau das, Orako, genau das. Das ist wirklich so. Ne riesen Kümmel da oben, Alter, an der Decke. Boah, ich hör schon wieder ein Gestöne ... Der Sprung ist Peaky. Ich will mal speichern. Habe ich zweimal schon tausend Mal … Der ist ein bisschen... Aber mit neuer Steuerung kann man gut lenken. Aber nicht so gut an. Okay, jetzt gehen wir erstmal rein hier. Komm, wuppelst du. Wie viele Viecher das hier einfach sind. Hauptsache, Suraku lässt das Ganze noch ekliger wirken, XD. Ja, Suraku hat es besonders gut betont und beschrieben. Oh, da hältst du nicht mehr viel aus, oder? Ja. Irgendwo pümmelt hier noch einer rum. Ich hör den die ganze Zeit. Genau. Du sagst es. Das ist auch ne alte Raucherlunge, ich weiß es nicht. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Warte, zurück? Von hier vielleicht da rüber? Ich weiß es nicht. Aber einen anderen Weg sehe ich nicht. Ich spring da jetzt einfach rüber. Ihr macht das jetzt einfach. Das funktioniert. Oh, da ist der. Die kommen wieder nicht weiter, ne? Trotzdem. Er schießt! Okay, hat ein bisschen Aua gemacht, aber... Aber gut. Ich hör noch einen. Ey, langsam riecht Paranoia hier drin. Langsam kann es auch vorbei sein. So, jetzt ja hier rüber, oder was? Ja. Der Arschenhebel. Den drücken wir. Nach unten. Das war viel Munition und ich darf sie nicht benutzen. Los, tummeln noch ein kleines Stück und du kommst durch den Enddarm wieder raus. Aber Vorsicht! Da kommt dann noch eine enge Stelle XD. Na ja, so rar, cool. Los Leute, Missionen aus dem Enddarm kriechen. Let's go! Hier ist ein Block, den müssen wir glaube ich noch wegschieben. Weiter geht's. Ich glaube, wir haben es geschafft. Also, die sind nach oben. Kommen wir jetzt höher. Es geht auf jeden Fall nach oben. Oh. Kommt da? Na klar, natürlich. Das war... Ist ja wohl klar, ne? Wir rechnen ja mit allem. Oh. 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 Scheiße. 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 Okay, großes Mini-Pack. Jetzt speichert er schon wegen der Tür. Mann, oh Mann. Das war die 18. Ja, das Speichern ist häufiger geworden, ne? Wir müssen mal bedenken. In der Originalversion von der Plastik 1 konnte man nicht überall speichern. Da man ab und zu mal so einen Diamanten gefunden, der herumgeschwebt ist. Und da konnte man einmal speichern. Heftig, oder? Ne, aber was wir jetzt hier jederzeit speichern können, ist ein Luxus. Und du musst echt oft groß. Du musst echt oft groß, ja. Wenn man hier eins am Ende, ne? So alles so für einen Endkampf so. Und wir so, wir dürfen sie eh nicht benutzen. Okay, wir sind wieder... Warte, hier kommt wieder so eine Tür, oder? Ne. Ne. Aber wieder ein Haraj. Komm. Was soll denn das? Essen fassen Fridolin. Fridolin, Essen fassen. Hier, guck mal, lecker Schenkel. 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 Ich glaube, das hat er gehört. Nein, vielleicht auch nicht. Ich glaube, er hat Probleme mit Hochfliegen. Schenkel. 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 Jetzt hat er gehört. Schenkel. 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 Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Schenkel. Schenkel. Mir scheint, das ist ein Problem der Chi. Sie fliegen alle immer ganz nach unten, bevor sie wieder hochkommen. Problem der Chi... Ja, irgendwie kann es sein, ne? da kommen jetzt aber auch darmbakterien zuhauf ich glaube die sollten damit mal zum arzt das kann nicht gesund sein wenn da alles drin kreucht und fleucht ja genau immer zum arzt wenn das hier irgendwie so magensäure ist dann hat er bestimmt auch richtig sodbrennen wenn ich ehrlich okay ein bisschen klettern ist doch der arzt lara das zäpfchen und so die wir sind die heilung was war das gemacht es hat die position der steine geändert soll das so soll das so weiß halt nicht ob jetzt links zuerst oder denn zuerst muss schon mal ausprobieren einheben wieder position geändert take ein bisschen so gehen jetzt kommt rüber Das ist einfach Gehirnmasse, das ist immer so in die Rudine. Was kommt denn jetzt? Sieht schleimig aus. Das Häpfchen dringt weiter vor. Holy Scheiße, mein Arsch. Ich glaube, der eine schießt gegen die Wand, ist gut. Ja, schön schießen. Schießen ist okay. Bleibt schön da hinten. Nicht knabbern. Nicht beißen. Dann ist alles gut. Okay, cool bleiben. Cool bleiben. Schön weiter backen. Los brav, brav. Alter, wie lange das dauert, die Pistolen. Das ist unglaublich. Einer noch, einer noch. Den schaffen wir. Oh, der schießt gegen die Wand. Ich kann einfach stehen. Null Damage, drei Gegner auf einmal. Aber auch nur, weil die ein bisschen da... Jetzt bist du falsch abgebogen und im Dünndarm gelandet. Scheiße, sind wir im Dünndarm gelandet? Egal, wir müssen ja jetzt irgendwie durch. Wir flutschen da schon irgendwie durch. Das sieht echt irgendwie so aus, als wären wir in unserem Körper, ne? Solange er nicht im Blinddarm landet, ist alles gut. Stimmt, das wäre ja in der Sackgasse. Das sieht nicht so lecker aus. Da geht's hoch. Ich habe so das Gefühl, dass das hier... ein Fall ist. Die Lava kommt doch bestimmt auf uns zu, oder? Wenn wir den Hebel drücken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Wie werden wir jetzt da in den Raum bekommen? Wann ist das einfach nur Fake? Hm. Oh, Leute. Wir sind fast oben. Über uns ist die Hauptplattform. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wie er so tut, als würde er nur raten und vermuten, aber eigentlich einfach aufgrund seiner Erfahrung spoilert, was gleich passiert. Ich will es nur spannender machen. So. Wenn, dann sage ich jetzt gar nichts mehr so. Scheiße. Wenn hier nicht der Gang ist zu eng, muss es so machen. Ne, das war jetzt ein bisschen, boah. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, es ist nämlich kein Ende. Es ist nämlich kein Ende. Es ist nämlich kein Ende. Und Säpfchen verliert irgendwann seine Wirkung. Oh Mann. Ja, das war klar. Oh Mann. Ja. Oh, was ist das hier? T. Wie? Tussi. Keine Ahnung. N. Lass mich raten. Nackler? Ne, das ist ein Q. Was heißt das? Wir haben Q, T und N. Ja, ist mir auch egal. Okay, den könnte ich schieben. Man kann die alle schieben. Aber, nur hinter dem hier ist, glaube ich, genug Platz, um... Okay, alles zurück. An die alle. Äh? Die lassen sich nicht sch... Doch, der. An der. An der. Ja, Drohne, ne? So ein bisschen. Von Erd-Touren, die sehr groß sein müssen. Ich hoffe, wir lernen sie nicht kennen. Boah, die Story hier nochmal im Remake, ne? Dann in dem nächsten Tomb Raider Spiel, was irgendwann kommt. Das wird so geil. Das. Das wird richtig cool. Okay, wir haben... Hast du da gerade den Endboss gespürlert? D. Habe ich? Habe ich? Nein, das würde ich noch nie machen. Nein. Wenn ich den Endboss spoilern würde, dann würde ich sagen... Nein, soll ich sagen? Nee, ihr seht... Also... Ich würde mal... Ich sag mal... Der bräuchte ein paar mehr Drohnen nebeneinander. Damit der gewöhnlich sitzen kann. Obwohl, eigentlich muss der auch gar nicht sitzen. Nee, der muss eigentlich gar nicht sitzen. Ich glaube, der kann gar nicht sitzen. Egal. Also, wir haben jetzt hier zwei Hebel. Hm. Ja. Ich lobe mal, äh... Das wäre... Beides ein bisschen scheiße jetzt, ne? Ich wette, eins ist Leben und eins ist Tod. Scheiße, aber welcher? Das ruft schon wieder nach einer... Der ist noch größer. Okay, XD. Ja. Ähm... Ja, entscheidet ihr. Ich habe keine Ahnung. Links oder rechts? Dover. Links oder rechts? Ich entscheide über mein Schicksal. Unser Schicksal. Ich bleibe jetzt hier so lange stehen, bis einer links oder rechts schreibt, ne? Bin ich ehrlich. Da ich selbst schon genug rechts bin, nehmen wir links. Hm, das finde ich ist eine schwierige Aussage. Aber links finde ich gut. Ja, ich bin nochmal weggesprungen. Schauen wir doch mal, wo uns Dover hätte... ...reingejagt. Ja. Herr Dover. Hm. Gucken wir mal, was rechts ist. Oder wäre. Ja. Also sieht das nicht viel freundlicher aus, bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Boah, ich fürchte, in eins müssen wir jetzt rein, oder? Weil es geht ja... Ich weiß ja nicht, wie es sonst weitergeht. Aber was wählen wir? Strolling vom Feinsten. Stacheln? Ja, ne? Aber wir müssen, glaube ich, in eins rein. Stacheln oder Lava. Ich glaube, ich gehe mal... Du hast ja links gesagt, ne? Wir gehen mal in den linken. Ich würde nochmal speichern. Geh mal, geh mal, wir gehen in den linken. Scheiße, ich sterbe doch jetzt einfach, oder? Ist das denn eine schräge rutschig, oder bleibe ich da stehen, wenn ich jetzt loslasse? Okay, man rutscht. Man rutscht, Leute, man rutscht. Ich habe Tummeljet tötet. Hast du gemacht, ja? Hast du eiskalt gemacht? Aber das ist doch auch eine schräge, oder? Können wir ja direkt mal ausprobieren. Nein, das ist es nicht! Tober, du hast den Tod ausgesucht. Die rechte Seite war richtig. Oh Gott. Oder auch nicht. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich wette, hinspringen und schnell wieder zurückspringen, oder? Ja, scheint richtig zu sein. Ah, guck mal, da waren die Stacheln. Okay. Wo sind wir jetzt? Was denn da oben? Da geht's wohl gleich weiter, aber hier ist ein Regeln. Da dachte ich mir so, da dachte ich mir so, ich nehm sonst immer rechts, weil mit links kann ich nichts. Also nehm ich mal links. Wär ich mal bei meinem rechts gebliebenen XD. Wir sind jetzt wieder... Aber vielleicht ist die Tür jetzt offen. Ja. Okay. Let's go, es kann nicht mehr weit sein. Oh, sch... Schatz. Ja, wir nehmen ein Grund... Wir speichern. Das war Nummer 19, Schande über mein Haupt. Mashallah, Allah, Diggi, Brudi. So. Scheiße, drei fette, dicke Klöteneier, Junge. Aber die wobbeln nicht. Stimmt, die wobbeln nicht. Noch nicht. Oh, das ist Munition. Aber man hat schon so ein paar Neuern drauf zuzugehen, weißt du? Man hat das schon so richtig lüschig vorgeschädigt. Man will einfach nicht. Ah! 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 Maschallah! Hey, du hast nicht gewobbelt! Du hast nicht gewobbelt! Das geht nicht! Warum wobbelst du nicht? Welches ist ein Chita? Chita, XD, äh... Nee, F in den Chat für den... Wobbeln nicht, Wobbeln alle. Wuh! Aber wie der auch gewartet hat, bis man direkt mit der Fresse schon dranklebt, ne? Richtig gemein. Richtig assi. Richtig assi. Bist du jetzt in den Eierstöcken gelandet? Alter, ey... Und du musst die wurmverseuchten Embryos erschießen? Ja, wir müssen hier einfach, keine Ahnung, Hans-Gätze-Plammwerfer oder so. Alter. So, Rago, da hilft nur noch verbrennend, glaube ich. Das ist hier, das ist hier, das ist hier, das ist hier, das ist hier schon, das ist hier schon im Endstadium, wirklich. Das ist hier... Nee. Das ist ganz schlimm. Okay, nächster Hebel, lass mich raten. Bewege mich keinen Meter. Oh, die Wobbelpeine, jetzt wobbeln sie, weißt du? Jetzt wobbeln sie, weißt du? Oh, komm, let's go. Die kleinen, miesen, ekligen, ältigen. Aber die schlüpfen gar nicht. Ey, kann ich jetzt einfach da durchrennen, oder? Skippen wir die? Die cheaten wenigst Trends nicht. Oh? 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 Jo. Aber, wäre ja langweilig, ne? Großes Medipack. Hier wird nichts geskippt. Hier wird nichts geskippt. Ich bin zwar mental schon am Ende, aber hier wird nichts geskippt. So, das war das zwanzigste Medikit, by the way. Ich glaube, challenge-mäßig haben wir eh schon versagt. Wir haben viel zu viel benutzt und gestorben und, keine Ahnung. Aber es war lustig. Und das große Ende kommt ja noch. Hab ich grad gespeichert? Ich bin so durch, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich vor fünf Sekunden gespeichert hab. Ich speichere nochmal. Let's go. Wer bist du denn? Machst du die Challenge in den nächsten beiden Teilen auf? Er ist auch ge- was ist das? Es ist auch gestorben, als ich gestorben bin. Äh, Sorako, ähm, ich hab auf jeden Fall vor, die auch zu spielen, ja. Aber ich bin ehrlich, äh, Tomb Raider 1, so dumm es klingt, ist auch der leichteste Teil. Äh, hehehehe. Hm. Die zweiten, also zwei und drei, nur mit Pistolen zu spielen, ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Aber ich würde sagen, don't give a fuck, wir schaffen das. Also darfst du im nächsten Teil auch die Magnums benutzen. Nö, nö, ich würd schon, ich würd schon versuchen, so lange wie es geht halt, ne. Aber wenn irgendwann so ein Moment kommt, ja, nach dem zwanzigsten Mal immer noch nicht geschafft, so, weißt du. Ich glaube, dann würde ich das dann, ja. Ich glaube, ich würde das, ich würd's probieren. Ich würd's probieren. Weil schon ab Tomb Raider 2 hast du deutlich mehr, äh, auch menschliche Gegner die ganze Zeit auch irgendwie ballern und so einen Scheiß. Alles, ich bin deutlich, ach scheiße, ich hab nicht geheilt. Das ist deutlich, äh, noch, noch kampflastiger. Noch viel heftiger nochmal. Okay. Wir müssen uns wieder heilen, oder? Wir müssen uns irgendwie mal schnell auf so ne Plattform da retten. Das versuch ich. Da hinten, da war doch so ne Ecke. Oh, lass mich, lass mich nur holen, lass mich nur holen. Oh, wir nehmen Großes. Wir nehmen Großes. Das bin ich doch safe, oder? Der Typ da hinten macht alles, was ich mache. Seht ihr das? Ist der andere? Leu, das ist einfach so ein Spiegelbild-Doppelgänger, ne? Äh, äh, macht ja so, als würde er es nicht wissen. Die hat ja auch Bubis da hinten. Die hat ja auch Bubis da hinten. So, äh, ja, guten... Guten Tag, die Dame. Haben sie ihre Haut irgendwo... Hat in die Mitte mit dir. Dein Phantom mal anschauen. Haben sie ihre Haut irgendwo liegen lassen? Vergessen? Geh, wir schauen uns die mal genauer an. Es ist einfach... Es ist einfach... Es ist einfach... Es ist einfach... Die halbe Wirbelsäule hinten raus. Es ist einfach... Es ist einfach Lara ohne Haut. Welcher Parwärsling züchtet eine Lara ohne Haut? Eine Sache frage ich mich noch. Woher zieht sie die Pistolen raus? Das war die erste Frage. Zweites... Wenn ich jetzt auf die schieße, ne? Schießt sie dann auch auf mich? Es ist dein langverschollener Zwilling. Ja, wir haben uns endlich wiedergefunden. Soll ich mal schießen? Ob ohne Haut auch als nackt gilt und damit TOS wäre? Ja, ne? Eigentlich schon. Guck mal, die schießt auch auf mich. Ich kriege Schaden. Okay, dann machen wir das nicht. Ja, äh, Frau... Frau... Doppelgänger-Alien-Zombie-Version. Ähm... Es ist schön, sie getroffen zu haben. Ich wette, sie fühlen ja auch, was ich fühle. Und alle sind eins zu eins. Deswegen brauche ich eigentlich mit ihnen gar nicht reden, weil... Die wissen ja dann eh schon, was ich denke. Ähm... Dann wissen sie aber auch, dass... Es nur einen geben kann von uns. Es kann nur eine echte Lara geben, okay? Du bist es nicht. Leute, wir müssen den... Der hört gerade nicht zu, ne? Aber wir müssen den irgendwie loswerden. Wie werden wir den los? Der macht ja alles, was wir machen, ne? Warte mal. Gucken wir uns doch mal den Raum hier erstmal überhaupt an. Was ist denn hier alle? Ich seh da hinten mal einen Hebel. Okay. Ich glaub, wir müssen mal... Die Dame, wir machen mal Seitenwechsel. Okay. Ja, das war sie gerade, ne? Ich springe natürlich besser. Alles klar. So. Hallo. Also hier ist eine Platte. Und hier ist ein Hebel. Was macht der? Nimm die. Also dich doch mit und verkauf die an den Meistbietenden. Ein Loch mit Feuer. Nimm die. Die Gedanken der Gruppe. Mann ist mein Original dumm. Springt einfach daneben und ich arme DSAU muss das auch machen. Ich soll die mitnehmen und verkaufen. Den Gedanken der Kopf, Mann ist mein Original dumm. Springt einfach daneben. Die arme muss ich auch. Die muss das auch. Ja, springt ist schon so ein Wort, ne? Also wir müssen die loswerden, weil die ist... Ja, wir mögen die halt einfach nicht. Aber habt ihr schon... Habt ihr jetzt schon eine Idee, wie wir die loswerden? Ich hab... Weil er hat einer... Also die Platte geht irgendwann wieder hoch. Also das ist auf jeden Fall so ein Ding mit Timing. Wisst ihr... Wisst ihr... Könnt ihr euch denken, wie es geht? Nein, könnt ihr? Könnt ihr? Könnt ihr? Burn, copy, burn. Hebel und dann die da rein. Genau. Genau. Aber schnell, ne? Weil wir sind auf der Seite mit der Platte. Wir machen den Hebel. Und dann schnell Seitenwechsel hier rüber. Und dann müssen wir da drüben an die Position laufen, wo hier das Loch ist. Da müsst ihr die ja da reinfallen, ne? Probieren wir es. Probieren wir es aus. So, wir wollen hier keinen ekligen Doppelgänger aus unserer Niere rausgeschnittenen Zombie-Doppelgänger haben. Ja stimmt, also wenn ich reinspringe, soll ich reinspringen? Aber die hat da kein Loch drüben, ne? Boah, damit könnten wir das vollbrechen, ne? Dass sie unser Spiegelbild so ist. Weil die... Wenn ich in den Loch falle, wie kann sie dann nicht in den Loch fallen, müsst ihr euch meinen? Aber warum töten? Nutze sie doch, um dir zu helfen, oh, oh. Ja, ne? Eigentlich müsste man die... Aber die macht halt nur stumpf alles, was man selber macht, ne? Vielleicht hat sie auch gar kein Bewusstsein. Das ist einfach nur irgendwas Gelenktes, Ekliges. Aber die ist ja auf uns programmiert. Das heißt, die muss ja irgendwie... Die muss irgendwas von uns haben, ne? Ich sag ja, irgendwie Lara hat geschlafen so, wacht so auf. Oh, was ist denn das für eine Narbe an meinem Bauch, Allah? Man, hier irgendwas ausgeschnitten und daraus wurde sie so, weißt du? Egal, los, wir machen das jetzt. Tempo. Und go. Weiter reingesprungen. Tududududududududu. So. Tschüss. Tatschi. Sneef. Ich glaube, es hat geklappt. Ich glaube, es hat... Sie ist auf jeden Fall reingefallen. Aber wisst ihr, was so ein Joke wäre? Wenn jetzt einfach Lara auch brennen würde, weil die brennt ja jetzt quasi, ne? Das müssten wir eigentlich auch verbrennen. Das müsste... Das müsste ein komplette Verarsche sein. Und das geht da einfach so weiter, so, weißt du? Du kannst die ignorieren, das wäre witzig. Aber nein. So war es richtig. Seid nicht traurig, Leute. Eine Lara haben wir immer noch. Die mit Haut. Es tut mir leid. Ich meine, es kann nur eine geben. Das sehen uns im nächsten Leben. Ich meine... Ja, sei doch nicht so. Was soll ich denn noch sagen? Dunkel auf. So, okay. Wir gehen weiter. Let's go. Dunkel. Noch ein Dunkel. Oh, shit. Das ist kein gutes Geräusch. Kavalerie. Ah, Infanterie. Ah, der große Winnipeg. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht. Ich bin rausgetappt. Ich bin tot. Warum tappt es raus? Das geht einfach auf den anderen Bildschirm. Wie bei dem Haus. Oh, ne Scheiße mit der Scheiße. Okay, 46. Okay. Wir lassen uns diesmal nicht von der Munition locken. Wir gehen direkt drauf. Die erste können wir einsapfen. Und so zerbröselt der Tummel nun mal. Ein weiteres Opfer der unterirdischen Eierstöcke. Einmal. Genau. So, komm. Rein hier. Ich gehe einfach wieder. Ich habe gar keinen Bock. Oh, die schießen beide? Das wird nicht. Nee, das ist nicht gut. Okay, noch ein großes. Ist das jetzt das zweite? Nee, das ist jetzt das erste. Wir waren ja gestorben. Alter, schluckt der viel. Zweites Medikit groß. Ja, jetzt geht er auf nachher. Also, drittes Medipack groß. Jetzt verrecke doch. Verrecke doch bitte. Danke. Viertes Medipack groß. Mit der alten Steuerung wäre das alles so einfach, ne? Immer wenn du näher rangehst, trifft der Besser. Warum auch immer du näher rangeht, XD. Immer wenn du näher rangehst, trifft der Besser. Ja, aber ich halt auch. Sammer, was ist denn falsch mit dem Pony? Das Pony war auch, weiß ich nicht, Steroide. Er hatte Tollhut im Endstadium und, keine Ahnung, auch noch Lebra oder so. Ja, Schwede. Wie viele Medikids waren das jetzt? Vier, ne? Dann haben wir jetzt 24. Scheiße. 24. Aber wir haben das Level gleich geschafft. Gleich kommt das letzte. Wir wünschen nur noch die Tür hier, die, die, sozusagen Zugbrücke in die Festung hier öffnen. Ausfahren, whatever, wie man es nennen will. Mit den Zahlen kannst du die Challenge auch abbrechen und all in Gen XD. Ja, ne, ist wirklich so. Ich hab's eigentlich, eigentlich hab ich's verkackt. Ich, ich hab's eigentlich verkackt. So, wir müssen jetzt die Hebel wieder mit Timing machen. Die Brücke ist unten, aber die Tür ist zu. Die Tür ist offen, die Brücke geht aber auch gleich wieder zu. Wir müssen uns beeilen. Die ist schon zu heilige Scheiße, wie schnell. Okay, ich glaub, wir müssen erst die Tür öffnen und dann die Brücke. Naja. Na, guck mal, wie lange die Tür offen ist. Die ist immer noch offen. Oder bleibt die sogar offen? Die bleibt sogar offen. Oder? Die bleibt halt einfach offen. Denn es ist nur die Brücke nach Zeit. Ist da beim Türhebel nen Secret Room? Oder sieht das nur so Trolli-Messer aus? Ziki zu. Ja, das ist ein Secret Room. Äh. Ich bin aber ehrlich, ich weiß gar nicht, wie der aufgeht. Kann auch sein, dass der erst, äh. Ja, müsste ich jetzt Level ein bisschen spoilern. Das, also wir kommen hier später nochmal hin. Im letzten Level. Es könnte sein, dass es dann nen Secret, ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht, wie ich den öffne. Bin ich grad ehrlich. Aber kann sein, dass das ein Secret, also das ist safe und secret room. Aber ich krieg ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon aufmachen kann. Oder er ist im letzten Level. Aber ich seh, ich wüsste halt nicht, wie jetzt. Keine Ahnung. Hier war auch nichts, oder? Da war ja alles... Kein Eingang oder so. Ne, wir gehen da erstmal durch. Weil ich klärt sich das dann noch auf. Okay, also die Tür ist deutlich länger offen, als die Brücke oben. Deswegen machen wir erst die Tür auf. Da muss es einfach sein. Jetzt sprinten wir. Zum anderen Hebel machen die Brücke hoch. Und dann kommen wir da rein. In den... In die Madness. Und schnell über die Brücke, bevor sie runter geht und wir in die Lava fallen. Schafft. So, jetzt kann man wirklich sagen, Viva la Finale. Da ist es, unser geliebtes Schmuckstück, das wir uns schön ordentlich ins Regal neben der Kinderüberraschungseinsammlung ins Regal stellen werden. Das wollen wir haben. Da liegt doch noch was, oder? Ne. Drüben. Vielleicht ist es jetzt hier auch irgendwie noch ein Hebel irgendwie versteckt. Ja, das Sieg wird öffnet. Ich gucke gerade mal, aber ich glaube nicht so. Das sieht clean aus. Aber, ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Der Raum hat nur einen Eingang. Wie kamen die anderen dahin? Okay, die Gegner wurden erst durch die Geweckt, aber die Mechanismen? Oh, war das alles mysteriös. Vielleicht hatten die so ein verzweigtes Tunnelsystem von Geheimgängen? Und nur die hatten da Fernbedienung dafür. Und das ist hier irgendwie hinter so einer Wand. Wir wissen das nicht. Ich hab keine Ahnung. So, ja, jetzt steht man hier und weiß nicht, was man machen soll, ne? Boah, da geht nochmal der Blick nach unten, ne? Von da unten haben wir uns hochgearbeitet. Schon heftig. Das sieht schon heftig aus, oder? Lass das an. Die haben doch Nance, Cotty. Das war der lange Weg der... des Leidens. Der lange Weg des Leidens. Das ist voll geil, dass man mit dieser flying Kamera das ganze Level fliegen kann, ne? Wenn man will. Und wir sind endlich oben. Und jetzt geht's rund. Habt ihr euch denn vorbereitet auf die 2 Stunden Bosskampf mit den Pistolen? Nein, Spaß. So lange ist es auch nicht. Aber das ist, glaube ich, mal ein besonders fettes Ei, oder? Das ist ein richtig dickes Boss-Ei, Alter. So. Jetzt geht los. Jetzt nochmal kurz. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Aber nochmal kurz Storytime. Lara ist ja hier reingekommen, einfach weil sie das Ding wieder haben will. Aber auf dem Weg hier rein hat sie halt eine Dauerei gesehen, was hier so für ekelhaft und teufliche Sachen abgehen, und hat sich jetzt umentschieden. Sie möchte das Ding nicht mehr haben, weil das übel eklig ist und sie damit auch nichts mehr zu tun haben will, ne? Und hat sich jetzt dazu entschieden, weil sie ja dann doch irgendwo ein gutes Herz hatte in einer kleinen Ecke, ne? das Ding einfach nur noch zu zerstören. Aber davor willst du es vielleicht doch nochmal haben. zu urteilen dich, Nadler von Atlantis, für deine Verbrechen. Wegen krassen Missbrauchs deiner Kräfte und wegen Dienst als unserer Kräfte. Das könnt ihr nicht. Ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Tio Kahn und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumm? Seht euch doch an! Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf. Verschwinde! Lass es uns einfach tun. Tio Kahn! Du hast deine heilige Opferschnette aus purer Harzucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überlebenden geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Hackfleisch, als würden Aliens Hackfleisch kennen. ... während wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadler. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Klinen verplandet. Das Ende der Geschichte ist quasi... Irgendwann kam ein Asteroid, hat die befreit in unserer heutigen Zeit und das war Nadler dann. Und dann sind wir hier heute. Na, wieder da? Sieh auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgarten. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen und stärken und voranbringen. Sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedobter Evolution also. Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Tiocan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse Träger-Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! Tschüss. Ja. Dadam dam, plot twist. So. Die Scheiße konnte nicht aufgehalten werden. Vorher tiefgekühlt, jetzt gebraten. Mal sehen, was effektiver ist. D. Ich bin auch gespannt, was effektiver ist. Meine Pistolen oder seine Haut. Okay. Seid ihr bereit für den finalen Fight? Und was meint ihr, wie viele Versuche werde ich brauchen mit dem Pistol? Es geht los. Direkt speichern. 42. Okay. So, Raku sagt 42. Alles klar. Und dieses Level heißt Die Große Pyramide. Und ist von der Es gibt noch eine Erweiterung, aber das ist das reguläre letzte Level eigentlich. Let's go. Auf, wenn die schlacht. Ihr versteht jetzt, warum ich meinte, er kann nicht sitzen, ne? Ja, Raku könnte bisschen schwer werden. Ja. Einfach Attack on Titan vorhergesagt XD. Ja, das ist dann das Ende der Story. Übel, brutal, Alter. Unerwartet, Alter. Aber mal was anderes. Ja. Wie soll das Ding die nächste Evolutionsstufe sein? Ich weiß nicht, vielleicht braucht man da keine Füße mehr. Ja, doofa. Ich verstehe das auch nicht so ganz, aber ich habe eine Theorie. Die Blücher noch nicht ganz perfekt sind, dass da noch dass da noch was fehlt. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht war das noch nicht ganz fertig gebrütet oder so. Aber keine Ahnung. Ja, zweiter Versuch. Eben hat uns das Ding ja gerade alle Knochen gebrochen. Ich meine, er hat ja auch nur noch drei Finger, aber das ist doch ein Rückgang ist dann. Also das ganze Gang kriegt mir so voll und geklitten. Ja, das ist doch so. Oh ja, habt ihr Zeit mitgebracht? Ich renne jetzt nur noch im Kreis. Aber dann kommt der anscheinend gar nicht plan. Guck mal, alte Grafik. Alte Grafik, alte Grafik. Der Bass ist einfach weg. Fünf. Anfänger, auf der Strecke, der reiht ja auch so. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Oh, die Strecke, die Moves, das muss auch nicht aufpassen. Wenn ich damit erwischt, bin ich wieder. Doch, ne. Mal wieder über den Arm springen. auch nicht runterfallen runterfallen ich bin ehrlich ich will es nicht noch mal versuchen das dauert ja ewig das hat eben gerade schon weh getan alter wie lange das dauert aber du lachst du lachst du lachst das geht weißt du was ich zeige es euch auch einfach nur einmal damit es gesehen hat also er heilt sich zwar nicht komplett aber nein warte seht ihr gleich wenn ich mich recht erinnere ist er gleich ach scheiße jetzt andersrum laufen ist er jetzt gleich kurz in so trance jetzt jetzt ist er in so ist er paralysiert wenn ich jetzt nicht mehr auf ihn schieße erholt er sich glaube ich aber nicht komplett es wäre heftig nein sie haben es weg gemacht sie haben es weg gemacht im alten ohne witz erholt er sich wenn man ihn dann nicht tötet ok phase 2 let's go nein so phase 2 jetzt wachsen ihm beine das wäre übel witzig jetzt wächst der rest nach und dann let's go oder statt beine hat er so übel viele tentakel die da so wie peitschen nach dir schlagen keine ahnung ja wir haben ihn besiegt was aber allerdings noch nicht bedeutet dass das spiel vorbei ist denn ja wir sind ja immer noch hier drin und wir haben immer noch nicht unseren zion wieder unser unser artefakt da wieder genau zion der ist ja da schwebt er immer noch da hinten rum ne also es geht weiter das war jetzt sehr undramatisch aber so von der story her finde ich das schon lustig wenn man das dann im remake nochmal richtig geil auffährt so weißt du so richtig mit mehr stimmung mit mehr atmosphäre und halt viel mehr so viel mehr story oder auch einfach mal keine ahnung dass es noch weiter geht zum beispiel hier die gefahr wird nicht gebannt und wird auf die welt losgelassen oder keine ahnung gut ja wir wollen da wieder hoch wir wollen uns den schatz natürlich holen denn unser regal ist noch recht leer zu hause und staubt langsam ein deswegen auch das letzte level fordert einen jetzt hier nochmal komplett genau naja man hätte das ding auch da unten lassen können was soll der machen ohne beine und viel zu groß um durch die gänge hoch zu kommen xd ja ne eigentlich schon so hier so ein block ich kann den wohl schieben ich schieb den aber ich glaub das ist auch noch so experimentelle phase so hier ne ich glaub die sind noch nicht ganz ausgereift so das kann ich da nicht ich weiß gar nicht ob das richtig war noch ein block scheiße ich glaube ich hätte am anfang gar nicht schieben sie den mal wieder ein zwar holy shit wir haben ihn besiegt und zwar mit den pistolen junge schon heftig ich muss zugehen mit der neuen steuerung geht es im kreis laufen das hast du im alten nicht so gut hingekriegt weil da hast du so eine klumpige vorwärts rückwärts links rechts steuerung und hier hast du ja dieses mure auch mal um die kurve gehen so hast du in der alten originalsteuerung nicht dabei der kampf schon ein bisschen leichter weil du konntest die langzeit in richtig schönen kreisen um den rumlaufen es ging halt wie gesagt im alten nicht so stimmt 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 ich habe eins genommen ja hast recht stimmt das war 25 so ist eingetragen über die schlechte statistik bin ich ehrlich über die schlechte stadt ist egal ein bisschen kommt ja noch jetzt muss ich auch noch Ah, ich muss ihn sogar schieben, glaube ich. Jetzt ist er nämlich... Ja genau, jetzt ist er auf der anderen Seite draußen. Aber ist nicht mehr so lang. Also wir haben es gleich durchgespielt. Kann wer Musik machen? Die Türen geben nen coolen Beat. Ja, die Türen sind geil. Ja, wollen wir den zweiten Teil auch noch spielen dann, ja? Und den dritten. Können wir machen. Aber natürlich nicht mehr heute. So, jetzt schieben wir die Kiste unter den Hebel. Jetzt können wir wieder rumlaufen und dann können wir den drücken. Ja, doch. Machen wir. Kündige ich dann an und dann hoffe ich erst wieder Zeit, ne? Wenn ihr Bock habt, dann spüren wir den zweiten auch noch. Er ist auch ganz witzig. Wenigstens anfangen. Mh. Doch klar. Heute. Beide durchspielen. Und 40 Stunden streamen. Unmöglich. Der zweite. Nein. Nein, 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 nein. Okay, hier ist Feuer. Ja, bei Tomb Raider kann man wirklich sagen, so ne, mit den Fortschreiten der Teile wird's halt auch immer knackiger. Das war jetzt der ganze Eins-Teil. Und länger und später auch, ne? Das war jetzt der ganze Eins-Teil. Also wir haben ja Montag die ersten zwei Kapitel gespielt und das ist jetzt hier das letzte reguläre Level. Es gibt noch Bonus-Level. Ähm, die wurden jetzt hier später mit dem Remaster eingeführt. Sind aber eigentlich, äh, die zählen aber eigentlich nicht zur Story halt, ne? Die sind einfach, obwohl die ersten zwei schon. Die sind quasi, äh, eine Verlängerung von dem Setting hier in der Pyramide. Die würden dann quasi nach dem Level hier noch kommen. Ja, vielleicht spielen wir die noch. Aber danach kommen halt noch so ein paar Ägypten-Level, Bonus-Levels. Aber die gehören dann gar nicht mehr irgendwo hin, ne? Die sind dann, die stehen für sich. Bestimmt die ersten zwei Bonus-Level, die es hier gibt, die würde, die könnte man in die Story einbauen. Das würde gehen. Aua, es ist heiß! Ja, mal gucken. Die sind aber, die sind auch länger, ne? Es ist ja schon spät hier heute. Wir haben schon gleich... 21... Uuuuh! Okay, wir laufen jetzt blind. Wir hören jetzt nur. Ja, wenn die Kugel rollt, drehen wir uns um und rennen um unseren Arsch. Let's go! Ah, sie rollt schon! Okay, gut gemacht. Jetzt müsste eine zweite kommen, haha! Was spät? Ich bin noch nicht mal vier Stunden wach. Ist noch mega früh. Ja, aber... Du doof, aber andere vielleicht, äh... War hier nochmal dasselbe? Ich glaube, wir haben es schon geschafft. Wie spät? Nicht mal 22 Uhr, XD-Go-Tour. Aua! Uuuuh! Uuuuhhh! Uuuuhhh! Uuuuhhh ! Uhuuuhhh! Weißt du, was gerade so lustig ist? Ja, wir sind gestorben, Aua! Das ist dann das Ende dieses Spiels. Ja, das Lustige ist, das ist wirklich der Weg. Aber wir hätten uns ranhängen müssen, dann hätten wir ein bisschen weniger Leben verloren. Und da wir so wenig Leben noch hatten, hat uns das einfach getötet. Also man kann das mit vollem Leben halt überleben. Man muss da ja auch runter. Ach, dass wir uns jetzt hier nochmal tot einfangen, das ist schon mies. Das ist schon mies. So. Okay, das hätte nicht sein müssen. Das ist so dumm. Oh nein, guck mal, jetzt sind wir wie... Oh, okay, das nochmal machen. Ich speichere oben nochmal, okay? Irgendwann mach ich auch mal einen Speed ran von dem Spiel. Wieso ein nasser Sack einfach von der Decke geplampst? So, wie sieht's denn mit dem Leben eigentlich aus? Ja, gut, okay, verständlich, dass wir da gestorben sind. Man muss es nochmal mit ranhängen. Ob wir dann kein Medikit nehmen müssen? Ich will kein Medikit nehmen. Ah, schwierig. Aber wir müssen da runter. Probier's. Uh, okay. So, jetzt kommt das, was ich eigentlich bunten gesagt hatte. Also Lara wollte das Ding ja wieder haben, ne? Aber jetzt natürlich, wo Nadler sie auch ein bisschen aufgeklärt hat, was hier abgeht, ne? Ähm, und sie diese Monstrosität ohne Füße erlegt haben musste, hat sie sich natürlich, weil sie ja ein guter Mensch ist, dazu entschieden, das jetzt nicht mehr nach Hause zu nehmen, weil er damit dann irgendwann wieder Shit-Hooler getrieben werden kann, hat sich jetzt einfach entschieden, das ein für alle Male zu vernichten. Und damit diesen ganzen Spuk... Bullshit, ist dir alles egal. Sie will's haben. Ja, sie will's haben. Und diesen ganzen Spuk ja im Ende zu setzen, ne? Aber ganz ehrlich, ich muss das nochmal vollheilen, geht nicht anders. Ich speichere jetzt auch nochmal. Falls ihr jetzt denkt, das ist das Ende. Nö, es geht noch weiter. Zerstören wir es. So, warum auch immer, wir haben es zerstört. Und die große, große Rache der Pyramide ist einfach, dass sie jetzt zusammenstürzt. Kau's hier. Oha, da hat Tummel uns aber gut verlogen. Ich sehe, da kommt noch was. Da kommt noch einiges. Okay, noch hip machen? Okay, hatte ich nicht erwartet. Großes, 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 großes. Ganz zerstört, ja. Ja, wir haben es zerstört. Jetzt gibt es keine Moodle, ich hoffe, ich will nichts mehr gezüchtet werden. Aber die, die noch da sind, sind noch da und sie wollen Wache. Zweites, großes. Der Lange wird's glatt. Naja, der Lange wird's glatt. Okay, okay. Nicht beeindrucken lassen von dem Geröll. Wir haben Zeit. Wache für unsere Zombie-Monster-Brüder. Ach, guck mal, hier war ja das Ziel. Gut, jetzt ist hier... Guck mal, tatsächlich, tatsächlich, jetzt ist hier ein Eingang. Gehen wir mal rein. Oh, wie das wackelt, Alter. Aber hier geht's nicht weiter, Scheiße. Anscheinend war es doch davor. Nein, dann haben wir es verpasst. Fucker. Ach, nur für unsere Zombie-Monster-Brüder, genau. Was, eigentlich, wenn ich den Hebel hier nochmal drücken muss, ich das sogar nicht... Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das jetzt was bringt, aber ich drücke die einfach nicht mal. So, jetzt müssen wir natürlich noch entkommen. Aber vorher war's ja zu, also. Hä? Homisch. Ja gut, dann gehen wir. Aber nein, es ist eingestürzt. Wir können den regulären Weg zurück nicht nehmen. Scheiße. Was machen wir jetzt? Müssen wir hier drin sterben? Oder gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Teil der Lava geschmolzen. Und wenn man das nicht kennt, dann kann man hier echt lange suchen, dass man dieses Loch hier findet. Hier geht's runter. Aber alles, was es kommt, ist einfach eine Hölle, ne? So. Aber irgendwie finde ich so geil. Okay, gespeichert. Äh, wir müssen die Medi-Kids eintragen. Wie viel habe ich benutzt? Zwei, ne? Zwei. 26, 27, 28. Okay. Warum sind die einem sich random öffnenden Bereich durch einen Einsturz, was? Au, mein Arsch. Au, mein Arsch. Ich glaube, ich kann man gar nicht getroffen werden. Wie soll das gehen? Das geht gar nicht. Aber wenn ich das loslasse, sterbe ich, wenn ich nicht springe. So, der Spaß geht erst richtig los, meine Freunde. Der Spaß hat jetzt angefangen, wer will noch mal, wer will noch mal. Ja, seht ihr dieses makabere Loch da oben? Hier nochmal alle Register gezogen zum Ende, ne? Oh, shit. Holy moly. So, das ist jetzt etwas, das man so eigentlich gar nicht herausfinden kann, aber es ist ein Trick. Wenn das da hinten jetzt ein Zick wird, soviel ich weiß, das kriegst du wirklich nur, wenn du weißt, wie. Also regulär würde man halt jetzt denken, okay, da ist zwar so ein Spalter, aber da komme ich halt nicht ran. Also würde es wohl nicht gehen. Nimm ich den, wenn ich springe da immer. Aber es ist unlogisch. Niemand hat beim Bau der Pyramide diese Gänge geplant. Das hat sich random geöffnet und da können eigentlich keine Fallen sehen. Joa, wenn du hier nach Logik suchst, dann schwierig. Also lange Rede, kein Sinn. Man kann hier ran springen. Und sich hier schon hangeln. Ah, ich würde mir die Finger verbrennen, ne? Ich hätte gemacht, dass man jetzt hier die ganze Zeit beim Hangeln leben verdient. So langsam. Weil das heiß ist da oben. Ich hätte das gemacht. Ich hätte das alles viel schwerer gemacht. Sequel! So, aber jetzt müssen wir hier irgendwie runter. Ja. Jetzt wird gejumpt. Die hätte schon ganz unten im Hauptraum sterben müssen vor Hitze, wo sie 10 Zentimeter über der Lava hangelte. Ja, hast ja recht. Hier rutscht man gar nicht. Ich habe jetzt gemacht, dass man nur rutscht. Es gibt ja auch Leute, die hier so Tomb Raider-Levels selber machen, ne? Die stellen die dann immer auf YouTube. Gucke ich mir abends gerne mal ins Bett gehen an. Und so Leute, die dann halt so eigene Levels kreieren und so. Die spielen die dann auf YouTube. Ist auch mal lustig, was die so bauen. So, das hier ist jetzt auch ein bisschen eklig. Rausche Timing, jungen Timing. Wir müssen jetzt da rein, wo die Sense ist. Aber wir haben keine Zeit, weil dann rollt eine Kugel auf uns zu. Und hier können wir auch nicht stehen bleiben. Dann muss das in einem Lauf passieren. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, draufgeschissen. Okay. Nächste Kugel. Einfach laufen. Nicht das Medipack einsammeln, sonst Arschkattel. Das ist ein Bait. Und der Spaß geht weiter. Hier möglichst rechts oder links. Nicht in der Mitte. Anerkantel festhalten. Nein, nicht anerkant. Ah, Fehler. Okay, nicht. Ich dachte, die Kugel kommt von vorne. Kampel hinten. Okay. Habe ich verkackt. 49. Vielleicht kriegen wir eine glatte 50 Tote hin. Wäre doch witzig. Okay, einfach durchziehen dann. Ja, die Kugel, ich hätte, die stand halt hinter mir. Ich habe sie gar nicht wahrgenommen. Dude. Einfach stehen bleiben. Okay. Mir war so, als würde die von vorne kommen. Und dann musst du dich schnell ranhängen. Aber war nicht. Okay. Hier auch nochmal. Hier wird es heiß. Hier wieder Bait, nicht Medikit einsammeln. Uh. Ui. Obwohl, doch können wir. Oh, ja. Ebel. Ah, ja, 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 ja. Munition. Als ob es noch Sinn macht, das einzusammeln, ne? So, by the way. Hier kommt groß keine... Das war doch... Eigentlich macht es keinen Sinn, dass man hier noch so viele Sachen findet. Sehr unrealistisch, wie diese Lava fließt. Schmutz Game XD. Schmutz Game, unrealistischer Kack. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wie war denn das? Okay, die rollen von oben. Aber von unten kommt... Ja, warte mal. Simpel, oder? Einfach laufen. Wo stehen bleiben. So, aber die bin ich mir... Oh, hier... Das war das, glaube ich. Hier muss ich mich, glaube ich, anhängen. Und hängen bleiben, oder? Oh, nee, das war... Ich hing nicht. Ich stand. Ja, da ist die 50. Ob ich 50 mal gestorben bin? Oh, was geht noch weiter, Leute? Was kommt denn jetzt? Ich sage mal, es wäre schon schön, wenn es 50 bleibt. Aber ich glaube, es würden mehr. Ich habe mich kein Plan mehr, wie das hier ging. Okay, so nicht. War hier ein Hebel vielleicht irgendwo? Was er die ausmacht? Sieht nicht so aus. Muss man echt einfach durch? Wirklich? Keine Ahnung mehr, wie das war. Ich glaube, ich glaube, ja. Einfach du? Aber das... Ach, da kommt direkt Wasser dann, ne? Ich habe keinen Plan. Ich probiere es einfach. Okay, es fackelt eigentlich direkt komplett ab. Wenn man hier so am Rand bleibt. War nur ein bisschen Aua. Das geht ja. Wenn man direkt wieder los spielt. Okay, nice. So, jetzt kommt... Was, wofür man sogar eine Steam-Errungenschaft kriegt, wenn man es richtig macht. Ich hätte sie schon gern. Erstmal schaut euch die Thematik an. Die Errungenschaft lautet so viel wie springen in einem Raum mit Lava umrandet ins Wasserbecken mit einem Kopfsprung. Irgendwie so. Sprich, man muss da mit einem Kopfsprung drin landen. Und da hinten ist noch ein Secret. Und ja, das ist leider eine Bröckelplatte da. Woher weißt du, dass es hier eine Errungenschaft gibt? Meine Fresse, wie viele Videos hast du geschaut? Nee. Du, das ist meine Lieblingsspielerei, was so Einzel-Player-Spieler angeht. Ich weiß alles. Ich weiß alles. Es gibt sogar eine Errungenschaft, aber die ist so gut wie unmöglich zu schaffen. Du musst das Spiel... Halt dich fest, ich weiß gar nicht, wie es gehen soll, aber... Du musst das Spiel abschließen, ohne einen Gegner zu töten. Ausgenommen natürlich Bosse, die du töten musst. Weil du wirst keinen einzelnen, regulären Gegner töten. Du darfst nur durchrennen. Das, glaube ich, ist aber ein Ding der Unmöglichkeit. So, also erstmal rüber zum Secret. Dann, dann den Kopfsprung. Okay, das... LOL! Okay. Ja, aber gut, ich bin tot. Okay, tot sein. Es gibt die... 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 Die Fallzeit. Gut, 51. Ich hab das falsch getimed. I believe you can kiss the ground, sing Sternchen. Ja, hab ich falsch getimed hier den Sprung. Die Sense ist auch... Die ist vorne, nicht hinten. Okay. Ich dachte, die ist... Äh... Also hier am Ende der Brückenplatte, nicht am Anfang. Die ist am Anfang. Zu früh, aber ich lebe noch. Secret. Ich bin richtig aufgeschlitzt worden, gerade. Halber Arm hängt noch so an... An einer Sehne. Aber geht noch, geht noch. So, und jetzt müssen wir einen Kopfsprung da rein machen. Und zwar richtig landen. Schnee jetzt. Wie viele Versuche werde ich brauchen? Warte mal, ich muss die, glaube ich, so mittig... Also guck mal, jede... Das Spiel ist ja eigentlich wie Minecraft, ne? Es gibt immer so Pixel, ne? Das ist halt... Ein, ich sag mal, Quadratmeter ist halt... Das ist halt so ein Block, ne? Man muss quasi... Man muss so auf der Mitte von so einem Block, glaube ich, stehen. Ich glaube, so war das. Und dann musst du den Kopfsprung... Ne, warte mal. Nein. Ich erzähle Scheiß. Aber wir probieren es einfach. Ah, doch. Doch, 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 doch. Habt ihr es gehört? Errungenschaft. Mach einen Kopfsprung in ein Feuer umrandetes Wasserloch. Jawohl. Geschafft. Check. GZ. Dankeschön. So, fast geschafft. Wir sind gleich raus. Aber warum? Oh, ich stürze wieder alles ein. Warum liegt jetzt hier nochmal so viel Munition? Warum muss Tummel nochmal ein Medikit nehmen? Warum speichert Tummel jetzt nochmal? Warum trägt Tummel das Medikit ein? Also gut, das muss ich halt nur 29. 29. Hat die Trulle doch überlebt? Tummel hat uns wieder an den Eiern gehabt. Habe ich euch wieder an den Eiern gehabt. Was hat Dobak vorhin noch gesagt aus Scherz? Naja, ist nicht so wichtig, glaube ich. Was hatte er gesagt? Was hatte er gesagt? Nattler kommt nochmal wieder? Diesmal als Monster? Aber ich frage mich echt, wie die ihr Outfit noch behalten konnte. Die wusste doch eigentlich, naja. Was irgendwie zu erwarten war, dass sie. Oh, die haben sie aber ein bisschen intelligenter gemacht als im alten. Oh, das ist eine. Okay, die kannst du nicht mehr so gut ausweichen. Die schwirrt nämlich um mich so rum. Das hat sie früher nicht gemacht. Medikit. Wo ist sie? Boah, die ist da richtig eklig. Stimmt. Ja, genau das. Ich meine, ich hatte sie beim Fallen die Früge ausgefahren. Du weißt ja. Okay, wir nehmen nochmal eins. Mensch. So, jetzt ist es doch aber gut, oder? Uiuiui. Uiui. So, was müssen wir hier eigentlich machen? So leicht wirst du mich und meinen Brun nicht ganz nahe machen. Zweite Phase. Ha, 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 ha. Nein! Nein! Ich hab vergessen zu heulen! Neiiiin! Das ist mir einfach zu viel Stress und Spannung. Das ist mir einfach zu viel Stress und Spannung. Ich Idiot. Ich bin so dumm, Mann. 52. Sie trifft aber ab und zu. P. Ja, das habe ich nicht wahrgenommen. Mann. Dass sie ab und zu trifft. Mit Pistolen? Echt langwierig, ne? Okay, jetzt nochmal hier die Flying Dussy und dann die Laufkanz. Nochmal. Die Musik übegeil. Gord. Es ist auch um die Neue denn wegkamen. Richtig geile, neue, peppige Version von dem Sound her. Das ist geil. So ein Ossens Noch ein Großsitz Zwei Stück Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Schnell auf einen Stein drauf oder so Aber ich schieße ja eh, ne? Ist ja dumm So leicht wirst du mich und mein Brot nicht los, Lara Das bringt nichts So, dann rennen wir jetzt so schön gekonnt den Preis, oder? Speicher auf einem anderen Slot, wenn du die tot hast. Ich würde gern was wissen Okay, mach ich doof, was? Großes? Drittes? Wie schnell es mit einer anderen Waffe geht, hör Oh, so geht gut. Exakt Ah, sie trifft nicht, aber sie trifft nicht War jetzt das vierte? Viertes? 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 Jetzt Fahrräke! Seid ihr bereit für die dritte Phase? Jetzt verwandelt sie sich nochmal in so ein riesiges Vieh mit Beinen Nein Spaß, jetzt ist sie tot Versiege den dritten Herrscher von Atlantis Haben wir Errungenschaft So, wir speichern jetzt auf einem anderen Für Dover So, Dover Jetzt nochmal mit den Uzzis, ja? Oder welche Waffe willst du? Such dir eine aus Suche dir eine aus Suche dir eine aus Nimm die, die du in nem normalen Lauf nehmen würdest Okay, dann würde ich die Besten nehmen die Uzzis Dann machen wir das jetzt nochmal mit den Uzzis Dann lade ich Und einmal Wie lange es dauert mit den Uzzis Und einmal 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 Okay, man sieht durchaus einen Unterschied. So leicht wirst du mich und meine Brun nicht los, Lara. Oder? So. Schrotflinte fast schon noch besser, ne? Ja, ja. Aber halt, dann kannst du dich nicht viel bewegen. Krass, oder? Also allein, dass wir nur mit Pistolen gespielt haben, hat das Spiel so viel schwerer gemacht. Ohne Scheiß. Aber ich lad jetzt wieder die Pistolen ins Spielstand. Und wir machen weiter. Ein kleines Stück ist es noch. So. Jetzt müssen wir nur noch mal irgendwie da hochklettern, da ist der Ausgang. Äh, wo war der Anfang? Okay. Jetzt stell dir mal vor, du machst hier noch so eine Challenge, machen ja auch viele gerne. Du machst jetzt so eine Challenge, nicht ein Medikit nehmen. Also überhaupt keine Heilung. Kann zwar sterben wie du willst, muss halt immer wieder versuchen. Also ich habe nicht eher beartet, dass Lara Crofts Signature Bewaffnung so viel schwächer ist Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Ist krass, ne? Ist wirklich krass. Find ich auch. Also mit den ganzen Waffen ist das Spiel deutlich einfacher. 要 disappear. Ich schlaten说 ab. Also, da ist die große tech zur Türgeben Virtual IAAoir. Und dasların hat sowas istㅎㅎ Also als z parent taper James K. So, jetzt booze! Also, sagen Sie? Na ja, gut, wobei ihre wahre Signaturwaffe vermutlich das größere Kaliber wäre. Aber wenn du sagst, die beiden anderen, die du da eben benutzt hast, seien die besten Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Das sind die Magnums, die sind ein bisschen stärker, nicht viel, schießen so, schießen halt ein bisschen schneller als die Pistolen, machen ein bisschen mehr Schaden, ne, und dann hast du, die Uzi ist halt Dauerfeuer, ne, auch nochmal mehr Schaden. Die Schrotflinte ist eher so ein Ding, was stark gegen tierische Gegner und so ist, ne, und halt auch anscheinend gegen die da, wie wir gerade gesehen haben. Die Schrotflinte sind immer eigentlich gegen Tiere ganz gut. Gut, hier in dem Spiel kämpfst du fast nur gegen irgendwelche Tiere. Ändert sich ab dem zweiten Teil, da hast du hauptsächlich menschliche Gegner mit Waffen. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja, glaube. Spote, halt auf kurze Distanz. Genau, auf kurze Distanz, absolut, aua. Aber halt auch kaum Reichweite, muss immer nah ran. Oh, ey, Pistolen, falls noch irgendwas kommt. Man weiß ja nie. So, also, gut, da der Dover ja noch fit ist, ich weiß nicht, ob das noch alle jetzt dann nur sehen wollen, aber es würden jetzt Bonuslevels kommen, die quasi das hier noch verlängern. Zumindest die, die jetzt wirklich die Story jetzt nicht noch verlängern würden, die können wir ja spielen. Die sind aber, da sage ich euch gleich, die spiele ich nicht nur mit Pistolen, weil das grenzt an der Unmöglichkeit tatsächlich. Weil die Levels sind nochmal extra advanced, sind für so Hardcore-Fans wie mich gedacht. Ja, mach die. Wäre vielleicht mal was, das du noch nicht auswendig kennst. Ja, ich habe die schon einmal gespielt, ja, muss ich zugeben, aber da habe ich halt nicht so Erinnerungen dran, ne? Also da bin ich absolut noch nur mich. So, aber das reguläre Spiel ist jetzt hier zu Ende. Also bei der Erweiterung wäre es jetzt so, man rutscht hier quasi runter. Einsmal ist nicht einhundertmal wie der Rest XD. Also bei der Erweiterung wäre es jetzt so, man rutscht jetzt hier runter und dann würde es noch weiter gehen. Aber das reguläre Spiel ist jetzt hier zu Ende. Oh, wir haben den Secret verpasst. Naja. Erst noch eine schöne Endsequenz. Let's go, zurücklehnen. Wie so ein Modellbaukasten aus, irgendwie. Hast du recht, du warst nicht. Wundertmal. Ja, jetzt wisst ihr, warum Atlantis wirklich untergegangen ist. Lara Kauf ist schuld. Sie hat sie jetzt von der Bildfläche verschwinden lassen. Isto, böse Lara. Böse, böse. Was? Ja, absolute Legenden, ne? Die, die das Spiel hier gemacht haben. Absolute Legenden. Ihrer Zeit. Gut, aber ziehen wir uns jetzt nicht alles rein, oder? Obwohl ich es für das YouTube-Video eigentlich ganz gerne hätte. Das kann ich dann nochmal so extra reinschneiden alleine. Über den AFK kannst du den Abspann laufen lassen. Okay, lass ihn. Okay, dann geh kurz schiffen. Ich lass ihn kurz laufen. Also für alle, die jetzt noch den Bonus sehen wollen, ne? Wir spielen jetzt noch den Bonus. Geht dann aber noch ein bisschen. Krass, Alter. In zwei Tagen durchgespielt. Ist auch geil. Ich hätte gedacht, wir bräuchten noch einen dritten Stream. Aber hat gut gepasst. So, bis... Ja, eigentlich so bis 22 Uhr war eigentlich genial. Der erste Stream war, glaube ich, auch 5 Stunden, ne? Also haben wir quasi in... 16, 17, 18, 19, 20... Ja, so 11 Stunden, ne? 11, 12 Stunden. Haben wir es durchgespielt. Mit Pistolen natürlich, ne? Also ohne wäre natürlich noch schneller gegangen. Und hier das Medic immer aufschreiben und so. Eigentlich rennt es halt da durch, ne? Heizt sich so viel du willst. Ja, also der Bonus ist jetzt aber ohne Challenge, ne? Also da heile ich mich, wie ich will. Und ich nehme die besten Waffen, die ich kann. Weil das echt sau schwer. Also so richtig schwer. Weil anstatt jetzt, äh, in die Freiheit zu rutschen, rutschen wir jetzt quasi noch tiefer hinein. Und landen dann plötzlich... Naja, ihr werdet das ja sehen. Ja, also Endstatistik. 52 Tode. Nur drei kleine Minipacks benutzt. Aber... Aber 33 große. Alter Schwede. Bin ich ehrlich, ist ne ziemlich schlechte Viliance. Ist ne ziemlich, ziemlich schlechte. Auch da in diesem... In diesem Kanalisationslevel. Dieser eine Sprung, um diese scheiß Munition einzusammeln. Wie oft ich da einfach unnötig mir das Genick gebrochen hab, um die Scheiße einzusammeln. Da hab ich allein schon, glaub ich, irgendwie 10 Tode gesammelt oder so. Das war mies. Das war mies. Ich würd sagen, sobald der Dopa kommt, geht's weiter. Oder die Credits enden. Ich bin noch um überlegen, ob ich die alte Steuerung für die Bonus-Level nehme. Aber ich hab mich jetzt schon hart an die neue auch gewöhnt. Aber ich weiß nicht. Ja, wir probieren mal die neue. Wenn's zu mies wird, dann wechsle ich. So, wir machen mal den Counter aus jetzt hier. Der zählt jetzt nicht mehr. Ich glaub, Dopa hatte ne echt volle Blase, ne? Juh, Tummel. Ich bin weg. Gute Nacht, Tummel. Danke für den Stream. Sehr gern. Danke, dass du dir das alles auch gegeben hast, Eviljumper, ne? War nicht geil. Hat Spaß gemacht. Was der Montag auch eigentlich von Anfang an mit dabei fasst. Also doch, von Anfang an. War geil. Wünsch dir auch ne gute Nacht. Mach's gut. So, dover. Bist du bereit? Jetzt müssten die auch gleich vorbei sein, die Credits, glaub ich. Kann ich sie jetzt fürs Video auch nur laufen lassen. Muss ich die nicht nachher nochmal abfilmen. Nicht durchgehend, aber viele Stunden. Okay. Ja, nice ey. Falsch cool. Ja, wie gesagt, wir werden den zweiten Teil auch nochmal spielen, dann irgendwann demnächst. Für den brauchen wir aber bestimmt drei Streams safe. Obwohl. Ja, doch. Also den zweiten Teil dann auch nur Pistolen, das ist wirklich Hardcore-Krampf, ne? Bin ich ehrlich. Weiß ich nicht, ob ich das durchhalte. Es geht schon, aber es ist halt ultra nervig, ultra schwierig. Mal gucken. Wenn dann vielleicht ohne die Midi-Kits. Also mich hat es teilweise schon ein bisschen genervt, nach jedem Midi-Kit das immer hier den Timer hier schreiben zu müssen. Bin ich ehrlich. Das war halt mir schon ein bisschen auf den Sack gesandt. Also wenn schon, denn schon. Die. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken. So, jetzt würde Pump-Brider 2-Credits kommen. Ich hör auf. Das wollen wir nicht. Das sind die alten kompletten Credits anscheinend. So, hier nochmal die komplette Statistik von allen Leveln zusammen. Wir haben, oh, guck mal, wir haben neun Stunden gebraucht. 22 Minuten, neun Minuten. Äh, neun Sekunden. Die wollen wir, wenn du Teil 2 gespielt hast. Was wollt ihr? Achso. Wir haben, ja, wir haben nicht, bei weitem nicht alles Secrets gefunden. Und bei weitem nicht alles eingesammelt. Ja, das eine kommt mit dem anderen, ne. Die Secrets sind ja immer Sachen zum Einsammeln. Wir haben 281 Gegner weggeballert. Und wir haben 12.261 Schuss geballert. Und davon haben nur 9621 ein Ziel getroffen. Okay, gut zu wissen. Hier nochmal die Medi-Pack. Stimmt das? Das stimmt gar nicht. Ne, das stimmt gar nicht. 35, gut, was ist 35,5? Keine Ahnung. Drei Viertel getroffen, ja. Zurückgelegte Strecke, 48 Kilometer. Okay. Was ich jetzt noch so reingenommen hätte in die Statistik, wäre, ähm, äh, nicht nur die Kills, sondern auch wie viele Gegner es überhaupt gegeben hätte. Ob man auch wirklich alle gekillt hat, oder ob man da irgendwie was mal ausgelassen hat, oder, keine Ahnung. Gut, Bonus-Level. Aber nur die, es gibt mehrere, aber wir spielen nur die, die die Story erweitern, okay? Dann würde jetzt quasi, ähm, müssen wir jetzt hier, neues Spiel plus, neues Spiel. Offene Angelegenheiten heißt das Ganze. Let's go. Rein in den Lachs. So, und wir rutschen hier, wie gesagt, runter, ne? Wie eben, zum Ende, doch leider. Geht's jetzt, aber das heißt leider, jetzt geht's noch weiter, ne? Wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, wieder, ja, jetzt haben wir nur die Pistolen, leider. Aber wir finden hier auch wieder, wahrscheinlich, ja, finden wir neue Waffen. So, hier können wir jetzt, hier können wir auf dem nicht speichern, ja. Bist halt noch nicht wirklich raus. Da war keine Ausgangstüre. Genau, da war keine Ausgangstüre, die Pyramide ist nicht geplatzt, wir sind immer noch drin, alles stürzt quasi ein. Und wir sind jetzt im Level, die Festung von Atlantis. Let's go. Aber jetzt kein Counter mehr, oder so, ja? Jetzt einfach nur enjoyen. Hier bin ich auch Noob, hier hab ich keinen Plan. Ich hab's nur einmal gespielt. Einer hab ich kaum noch. Wie gesagt, ich hab's dann mal mit den Eltern gezockt, hier, als das alles rauskam. Aber jetzt geht's quasi, ich würde es jetzt hier fahren. Oh, hier trägt ein Secret, okay. Ich weiß gar nicht, ob das hier Fan-Mate ist. Also, ob das hier die erfolgreichsten Fan-Mate-Levels sind. Weil manchmal hab ich hier schon das Gefühl gehabt, hier, dass das hier, gut, zum einen ist es halt deutlich schwerer jetzt. Ja, also es soll ja auf jeden Fall knackig sein. Aber zum einen auch mal so das Gefühl, vielleicht, hm, so wie es aufgebaut ist. Das ist vielleicht Fan-Mate, ne? Also, so ein bisschen qualitativ oder logisch, ein bisschen komisch gemacht. Mal gucken. Ui, ui, okay. Weck' ne Kugel. Müssen jetzt zwei oder drei High-Levels sein, die da jetzt noch auf uns zukommen. Zwei oder drei waren's. Oh Gott, okay. Wir sind jetzt in der Festung gelandet. Also im tiefen Inneren der Pyramide. Ein Spaß für die ganze Familie. Seht ihr die Eier? Oh Gott, das ist auch eng. Na gut, mit Pistolen sind wir jetzt gelübt. Alter. Der lockt den immer nicht so ein, wenn wir den laufen müssen. Wissen wir mal anbieten? Ich hab' nicht mal'n Medic. Oh Gott, ich hab'n nicht mal'n Medic. Man geht ja hier komplett nackt rein, stimmt. Aber da ist mal'n Medic, die würde ich unbedingt haben. Also wie gesagt, das ist echt schwierig. Hier musst du gut haushalten mit deinem... Der Kampf hier war eigentlich schon total Panne, ne. Das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich würde ich nochmal neu laden. Und das nochmal neu versuchen. Aber, nee. Wir wollen's jetzt auch mal schaffen hier, ne. Und nicht noch bis 0 Uhr sitzen. Okay, vielleicht sitzen wir doch bis 0 Uhr. Das ist schon krampf, die Dinger hier, bin ich ehrlich. Hahaha, HXD. Ja, der Ober freut sich, ne, ja. Vielleicht mal das Treck holen. Ja, ich muss... Tut mir leid, aber ich muss mal kurz auf... Ich muss mal auf alte Steuerung stellen. Äh, ich hab das selber nicht auf der alten richtig gekauft. Äh, naja, wir machen den erstmal lang. Wollen wir jetzt kurz umdenken, weil... Ist jetzt anders. Wo ist er? Da ist er. Habt ihr was gemerkt? Ist ein bisschen komisch auf alte Steuerung, ne. Genau, ein bisschen... Geht ein bisschen schneller auch, ne. Ich hab grad das Gefühl, dass alte Steuerung auch ein bisschen das Spiel leichter macht. Aber keine Ahnung. Es ging grad sehr, sehr schnell irgendwie, den zu töten. Ich bleib mal auf der alten Steuerung. Ich kann jetzt quasi gar nicht mehr die Kamera bewegen. Das macht man quasi einfach nur mit, indem man sich da hindreht. Wie laufe ich langsam? Scheiße, wie laufe ich langsam? Scheiße, wie laufe ich langsam? Achso. Also das Medik hätte ich schon gern. Das ist eigentlich, ist das ganze Medikzeug hier sehr wichtig. Aber der Sprung ist extrem tricky. Wie laufe ich seitwärts? Wie laufe ich seitwärts? Ich speichere einmal, falls ich jetzt verliere. Ja, perfekt. Alles nicht möglich mit der neuen Steuerung. Auch diese seitwärts Sachen hier, ne. Ey, das war ne Errungenschaft, das zu schaffen, das zu kriegen. Ich hab aus Versehen weh gedrückt. Lach mich nicht aus, Dora. Ja, natürlich, der Weg ist stich falsch, okay. Okay, okay, okay. Ah ja, hier war es noch einen Schritt nach rechts. Dann ein bisschen so und dann rüber. Jetzt klar, jetzt schau ich es nicht mehr. Es ist so, es ist so. Ach komm, Mann. Scheiß drauf, kein Bock. Weil ich mir irgendwo mal das Leben ausgehe, dann weiß ich, woran es liegt. Ich kann mich halt jetzt nicht mehr so schön umgucken, aber da muss ich immer eine Taste für drücken und dann mit WSD, ist ein bisschen blöd. Da geht's einfach runter. Okay. Da liegt die Schrotze. Die Schrotze. Die Schrotze. Ach, ich muss jetzt die Tasse zum Einsamen drücken. Die Schrotze, die würde ich haben. Wie viel Munition haben wir hier? Zehn würde ich noch sparen. Tragen wir definitiv noch. Wo seid ihr? Oh, ich tappe immer raus mit der Maus. Was ist denn das? Das ist blöd. Ah, das ist blöd. Ich mach doch mal die neue wieder mit. Habt ihr irgendwie mal raus, wenn ich mich umgucke mit der Maus? Was ist das? Also wenn ich... Geht's okay. Okay. Ich würde so irgendwie hinkriegen mit der neuen Steuerung. Ich hab einfach so eine Kugel random angeholt. Ich hab einfach so eine Kugel random angeholt. Was ist denn jetzt? Komm doch mal runter hier. Oh, shit. Okay. Ja, also hier musst du echt... Ich brauch die Munition jede Ritze gucken, um das einzusammeln. Ich glaub ein so ein Pack sind aber zwei Schuss. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Was haben wir denn hier? Zwei Türen? Dahinten lag ja noch Schrotflinte, ne? Munition. Oh je, da in der Ecke oder so. Haben wir ja von oben gesehen. Aber krass. Wäre ich jetzt hier nicht runtergeklettert, sondern anders, hätte ich nie Schrotflinte... Ah doch, ich hätt hier hochgekönnt. Ich hätt hier hochgekönnt. Ich hätt hier hochgekönnt. Ich hätt hier hochgekönnt. Da fliegt irgendwo noch so ein Ding, da ist noch egal. Was ist denn? Was ist denn? Wo wüsste denn? Kein. Hier nehmen wir die Muni noch mit. Das Ziel ist, by the way, glaub ich, da reinjumpen, oder? Kann man das nicht von hier Twiki machen? Ne, schafft man nicht. Ich hab schon gesagt nein. Aber wo geht's denn jetzt einfach weiter? Wir haben zwei Zoo-Türen. Hier irgendwie ist nix. Ah da, ne? Was ist das? Hier geht's auf jeden Fall rein. Hallo, oh Gott. Ohi, ohi, ohi. Das Medic. Eisenheinrich, eine gute Nacht. Danke fürs so lange dabei sein, ne? Mach's gut. Ich hoffe, es war cool. Da geht's noch tiefer. Aua. Ja, muss ich mich jetzt für ein Loch entscheiden, ne? Kennen wir doch irgendwo her, Dora. Loch ist Loch, ne? Was soll ich nehmen, das? Okay, ist anscheinend zu tief. Dieses Mal muss es links sein. Ja, ich bin gerade ins linke gesprungen. Ja, natürlich links. Ach, vielleicht muss ich ja... Es ist vielleicht gar kein Loch. Scheiß Spiel D. Scheiße. Ich bin schlecht hier so in die Mitte. Ey, ich hab keinen Plan. Was muss ich tun? Muss ich da in die Mitte springen? Wie war denn das? Weiß jetzt wirklich nicht. Kommen wir hier wieder raus? Achso, guck mal drauf. Man muss in die Mitte springen, oder? Jo. Boah, Wasser. Okay. Einer hat hier geschrien. Okay, das sieht schon geil aus. Alter, okay, das ist schon geil. Scheint richtig gewesen zu sein. So, wie sieht's aus? Wir können uns dreimal klein heilen. Einmal groß. Okay, eigentlich müsste ich direkt mal klein nehmen, weil wir hüpfen jetzt. So, was ist jetzt hier Sache? Jetzt ist hier... Was ist jetzt hier? Hä? Hier sind wir... Ach, da ist ein Eingang. Schalter. Was? Lol, das war's. Hä? Was? Ich drück ein Hebel und das Level ist vorbei. Ich hab ja übel viel geskippt. Eigentlich kannst du da noch die zwei Tore aufmachen. Ich glaub ich hab das übel geskippt aus Versehen. Keine Ahnung. Ja, gut. Das war das erste Level Dover. Eigentlich ist das... Äh, ja. Hat ja auch noch... Sequence hätte es noch eins gehabt. Passiert. D. Ja, gut. Wir haben einiges geskippt jetzt dadurch. Aber gut. Auch Kämpfe und so. Ich hoffe keine Waffen. Jetzt kommt das nächste. Und dieses Level hat den wunderschönen... Sympathischen Namen. Das Nest. Ich glaub... Ah, das ist glaub ich das letzte. Ich glaub das war's schon. Mal gucken. Waren doch nur zwei. So, aber das Netz... Nessennetz. Das Nest ist äh... Wirklich funny. Wir haben so Waffen noch hier. Oh mein Schrot. Und auch... Oh nein. Das weiß ich noch. Alter. Das... Das weiß ich noch, wo ich's mit den Eltern gezockt hab. Dover. Das ist jetzt... Also das ist jetzt... Das ist... Oh. Oh. Ihr werdet jetzt aber nicht wach, oder? Wenn ich das einsammel. Ah. Zum Glück. Ich hab so Paranoia, ne? Willkommen im Mobilraum. Oh Gott. Oh Gott. Der Raum kostet Nerven, Dover. Ah, das... Das... Oh Gott. Das kostet Nerven. Also ganz kurz und simpel erklärt. Wir müssen diese zwei Hebel da hinten machen. Das Problem ist, an der Decke... Sieht nett aus, dass da an der Decke... Ja. Und äh... Egal wo wir hintreten. Es löst immer irgendeine Scheißkugel aus. Oder mehrere. Die in irgendeinem Moment in Richtung rollen. Alter. Wollen wir einfach durchrennen? Komm, wir rennen einfach durch. Okay. War ein netter Versuch. Hat gut funktioniert. Ja. Hahaha. Im Grunde musst du dir halt alle trickern, ne? Um deinen... Deinen Weg... Deinen Weg zu finden. Aber das ist jetzt wieder einfacher mit neuer Steuerung. Geht nicht gut. Ganz so schön hier. Einzlaufen. Uhuuu. Okay, die speichern wir uns weg. Die waren cool. Die waren cool. Die waren cool. Die waren cool. Ah, scheiße. Ich hab nur da rumgeguckt. Okay. Okay. Okay, nicht greedy. Langsam. Das kann ich ja eigentlich gerade ausdurch, oder? Ja, ich bin drin. 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 Oh nein. Oh nein. Die wurden wach hinter mir. Wann? Zwei. Wo ist der andere? Ist nur einer wach geworden? Dann wird der andere bestimmt mit dem anderen Hebel wach, hm? Ja, klar. Der ist jetzt ein ekelhafter Nahkämpfer, oder? Nein, sehr gut. Okay. Okay, soweit so gut. Aber leider wieder so viel Leben gefressen. Das könnte zum Ende knapp werden, wenn ich so verschwenderig bleibe. Ist das ein Schiebeblock? So, was hat das jetzt gemacht? Das hat irgendwie da hinten was gehört. Oh, eröffnet, ne? Ach, hier die Seitentüren sind aufgegangen. Ja. Geben wir einfach mal einen rein. Oh, oh. Geben wir einfach mal einen rein, ne? Einfach mal reingehen. Ah, der ist auf. Medik, sehr gut. Das, äh. Ne, das ist ein Weg ohne Rückkehr. Wir gehen mal den anderen Gang einmal angucken. Ist hier dasselbe. Ui, nice. Gut, dass ich hier nochmal reingeguckt habe. Die Magnums. 500 Schuss. Naja. Können wir mal machen, ne? Können wir mal. So, nochmal Munition. Können wir gleich mal sehen, wie viel Einsam Munition bringen. 50 Schuss jeweils. Gut. Wichtig. Magnums. Dann wird jetzt gerutscht. Was? Nein. Ich dachte, da kannst du dann stehen. Aber konntest du nicht. Boah, das ist ja wies. Okay. Geil. Gefällt mir. Fisch gut. Ist das hier so ein Ding? Ja. Perfekt. Du hast einen Raum. Hier ist ja alles voller Lava. Dober. Hilf mir. Es wird immer heißer. Die Level werden auch immer roter. Ja. Rot durch tot, ne? Da ist noch so ein Sack. Kein Bock auf dich. Finde. Ja, aber da liegt ein Midi-Pack. Das müssen wir jetzt zum nächsten Mal. Ey, du machst einen falschen Schritt und bist tot, ne? Das ist dieses Game. Okay. Da kommt ein Seifenwind weg. War gut. Wenig Schaden gekriegt. Boah, da fliegt noch was. Na, auch die sind schon märklich stärker als die normalen Pistolen. Ja. Okay. Ja. Ja, die Waffen sind schon geil, ne? Wenn man ohne spielt, ist das schon scheiße. So, Tür ist zu. Scheiße. Machen wir mal jetzt. Okay, Block betreten öffnet Tür. Oh, save mit Timing. Ah ja, das war glaube ich mit Timing. Und der Block da hinten öffnet die linke Tür. So war das doch. Wir wollen glaube ich in die linke, aber ich weiß nicht mehr wie das war. Ich glaube wir wollen erstmal, wir können gar nicht in die rechte. Wie wird's da hin? Vielleicht von da hinten. Und da hinten rechts. Egal, ich sag mir erstmal die Munition hier ein. So. Dann machen wir nochmal neu. Ihhh, das ist ein Ei scheiße. So. Kann ich da laufen? Okay, bleibt in einem gewissen Zeitraum offen, aber geht dann bald wieder zu. Und das öffnet jetzt drüben, ne? Ja, okay. Wir können, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt mir mein Inneres irgendwas. Ich geh erst links rein. Super links rein. D. Wir sind links drin. Ist doch beides. Ist ja beides scheißegal. Ist ja ein und derselbe Raum. Ja, dann halt, äh, ja. Ne? Table. Tür. Oh, keine Ahnung. Da liegt die. Nix. Da dicke Eier. Scheiße. Ich bin ehrlich. Wenn das nicht was Fliegendes ist, ist das hier ziemlich, das wird was Fliegendes sein. Bei diesem ungeläufigen Raum hier safe. Eigentlich hätte ich keinen Bock in so einer Nische gegen so einen Anarkampfvieh zu fighten. Das wäre ja ein Kampf. Wenn die nicht gemacht haben, oder? Ich kann auch runter gehen. Dave, moin. Typisch Spanndauer. Ja, immer fallen, ne? Immer runterfallen. Hehehehe. Moin, moin. So, wir spielen gerade die Bonuslevels hier noch. Wir haben das regulärisch. Ne, siehste. Also, kam er schon durch. Man sieht deine Tode nicht mehr. Passt die Zahl nicht mehr auf den Bildschirm? Ne, wir haben das regulärisch mal durchgespielt. Wir spielen jetzt noch diese Bonuslevels hier, die mit dem Remaster kamen. Da zählt das jetzt nicht mehr, ne? Aber ich kann die Statistik nochmal einblenden. Das ist die finale Statistik des Hauptspiels. Wir hatten 52 Tode, drei kleine Medikits benutzt und 33 große. Richtig beschissen sind, bin ich ehrlich. Ja, gespritzi fitzi. Spielen wir hier noch den Bonus, aber den will ich mit Waffen und so spielen. Das wäre zu sehr krank, wenn ohne. Es kommt bald ein Moment, da werdet ihr sehen. Da werdet ihr wissen, warum. Das hier würde ja irgendwie noch gehen, aber... Oh shit, das war falsch. Das war schon richtig, aber ich muss... Jetzt verfehlen. Ich muss auf der Plattform davor landen, um nochmal springen zu können. Wir müssen da hoch, wo uns der Dud schon anlächelt. Seht ihr ihn? Seht ihr, wie er uns anlächelt? Oh nein, es ist Kavalerie, meine Freunde. Es ist Kavalerie. Aber der hat einen guten Zahnarzt, Alter. Es ist einfach die Kavalerie mit Raketenwerfer. So, oh Gott, jetzt muss ich... Ja, ne. Doch. Da muss man eigentlich drauflaufen können. Ja. Ja, den... Ja, da nehmen wir die Schrotze. So eng im Raum mit dem Pferd kämpfen ist ja... Das ist eklig. Das ist eklig. Wie er nicht wach wird. Ich hab keine Munition mehr. Nein. Ich hab euch alles verballert. Okay, dann nie. Ich dachte, er stirbt. Oh. Oh. Warum die auch immer explodieren müssen, ne? So unnötig. Ich hätte doch... Jetzt mal real talk. Ich hätte jetzt auch einfach hier weiter reinspringen können. Aber das ist nicht mein Stil. Wenn da ein Gegner... Oh, süß. Ein Gegner kommt, der wird ja lang gemacht. Nice. Also jetzt... Jetzt... Jetzt sind wir bulletproof. Aber nur 600. Egal. Oh, ne. Nicht egal. Wir brauchen die später noch. Oh, das ist auch so wenig. Das ist alles so scheiße wenig hier. Okay. Okay, okay. Aber gut, dass wir hier die UCs jetzt haben. Die sind geil, die brauchen wir. Das Level heißt nicht ohne Grund das Nest. Was ist denn da und ich sehe es gar nicht. Ich schummel jetzt, Maya. Okay. Das ist ja gar nichts. Das ist alles. Den Sound, ne. Den hätte ich gern so als WhatsApp-Ton-Sound oder so. Dieses Stöhnen der Viecher. Ach geil, da ist noch eins. Aber wir brauchen jedes Leben, was wir kriegen können. Komm mal her damit. Hier noch mehr. Ries. Ruhig dich. Ruhig dich. Jo, die können unter Wasser schießen. Ist klar. Schießen Feuerwelle unter Wasser. Ja, das ist gut. Okay. Da tauchen wir auf. Das sieht gut aus. Da ist einer. Hinter mir ist einer. Boah, auf so engen Raum. Das ist doch kacke. Ich hab die Schrotflinte leer geballert. Das ist doch kacke. Ja, ist gut. Alter. Ja. Beruhigen sie sich doch. Okay. Jetzt geht mit anders. Ich finde jetzt das. Beruhigen sie sich doch mal. Mensch. Mensch. Ja, nee. Ist klar. Noch zwei. Die pennen noch. Die pennen noch. Können wir ihn von hier wechseln? Oh, der wird doch von schießen, oder? Na komm. Ja, wir müssen da sogar hinlassen. Schalter. Oh nein, es bleibt so. Er schießt gegen die Wand. An der steht. Alles gut. Nice. Ist aber schnell gestorben. Manche haben einfach unterschiedlich viele HP, obwohl es die sehr entgegender Typen sind. Einfach random, keine Ahnung. Manche sterben übel schnell, andere übel langsam. Und da... Da ist ein dritter. Da sind einfach drei. What the fuck? Ich bin ehrlich, wir wollen da hin. Oh, ist das gemein. Aber da ist ein Haufen Munition, ne? Wenn du da... Oh, du wirst auch einen Haufen Munition verschwenden, die zu töten. Oder man macht das... Man könnte es sneaky machen. Aber mal gucken. Aber die Muni wär halt schon krass, wenn man die hat. Muss ich eigentlich hoch? Ich hab keine Ahnung. Muss auf jeden Fall... Ne, warte mal. Ich muss auch erstmal den Schalter da unten machen, ne? Wir haben noch grad da den Einzelnen. Wo war'n das? Ja, wo war'n das? Boah... Da war das. Sonst den erstmal machen wir hier. Bestimmt will ein bisschen... Ja. So, hier sind diese mehrere Schalter. Muni? Wichtig und richtig. Boah, noch mehr Muni? Sehr gut. Wir brauchen jetzt eh gleich für die drei da. Ja, also wir brauchen jetzt eh gleich für die drei da. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Oh Gott. Haben wir jetzt noch Schrot? Nein. Ich bin ehrlich, das ist Munitionsverschwendung. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, du zählst unnötig, dass ich da nochmal, ooooh, die Explosion, die triggern mich. Die triggern mich. So, dann drücken wir einfach mal alle Schalter, oder? Ich muss jetzt eigentlich das... Ich muss es nehmen. Ich habe unser einziges großes Medipick benutzt. Oh, hat das irgendwas lebendig gemacht? Dann würde ich das Gen erstmal töten. Was ist da eigentlich los? Ja, da lebt was. Na komm. Guck mal, hier sind Medikits, das ist gut. Die wobbeln aber nicht. Die sind noch nicht ready. Oh, die wobbeln aber nicht. Die sind nicht ready. Auf keinen Fall. Unmöglich. Unmöglich. Gar nicht. Nee, die müssen ja wobbeln, dann gehen die erst auf. Oh Mann, ey. Jurgen, ey Yah, ey,�缽. Achsein. 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 Ach comunidad. Ach réponse. Ach. Ach olhos. Das war doch ein Dritter, oder? Wo ist der Dritte? Okay, das war eigentlich ganz in Ordnung, aber es hat Munition gekostet. Ja, wir müssen uns ja diese komische Munition unterholen, die von den drei Viechern. So, hier kann man schwimmen. Zwei Hebel. Tür rechts. Tür links. Kein Plan, ich fülle mal hier rein. Oh Jo. Und dass ich da reingeschwommen bin. Sehr gut, dass ich da reingeschwommen bin. Das ist doch was von mir Luft. Und nimm die Tür da auch noch. Oh ja, Schrot. Oh ja, mehr Schrot. Und zwei Gegner schrot gekillt mit der Muni. Dreddick, wichtig. Und mein Hebel rechts neben mir. Aber ich gucke erstmal. Da liegt nichts mehr. Schwimmel zurück und holen Luft. Hier liegt noch was. Aber schnell zurück, ich hoffe ich finde zurück. Hier. 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 Okay, perfekt. Letzschuss. So, jetzt gehen wir dann den Hebel machen, dann gehts irgendwie noch weiter. Oh – besser… Da ist Mr. Stöne. Oh, jetzt sind wir wieder im Hauptraum, ne? Hühlt sich zumindest so an. So, wo war denn das mit der 3er, mit der übel vielen Munition? Wo war denn das? Jetzt fühl ich mich gegen die gewappnet. Ja, wo war denn das? Aber das ist nicht der Hauptraum. Das ist nicht der Hauptraum. Komm her Lara, ich will Spaß mit dir haben. Welche Art, das überlasse ich jedem seine eigenen Fantasie. Das stimmt hier. Komm her, Hauptraum. Oh, die sind dumm, die sind dumm, das ist gut. Oh, Ehre. Ehre, 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 Ehre. Spaß mit dir haben wir welche Art oder das? Das stöhnt der. Okay. Na gut, okay. Oh ey, jetzt Paradies, pass auf, Paradies. Haben wir durch Schummeln gerade schon gesehen. Durch Kamera flying und so. Oh, ich hab Munition ohne Ende. Richtig und richtig. Jetzt können wir eine ganze Weile ballern. Ballern. Oh, das ist nur zwei Punkte natürlich. Okay. So. Keiner gehört. Ähm. Ich bin ehrlich, ich hab keine Ahnung wie es weitergeht. Ich glaub jetzt doch mal hier hochklettern, ne? Aber halt, da war doch immer noch... Ah ne, den Hebel haben wir gemacht. Den haben wir gemacht. Ja, dann seh ich eigentlich grad nur noch hochklettern. Das andere war ja alles nur Bonus. Munition. Ein paar Nettigkeiten. Frischkeiten. Ah, no, ich bin dumm. Vielleicht auch langsam ein leicht müder Tummel. Ich hab zu viele Zombies heute gesehen. Ich bin ehrlich. Ey. Unsinnig. Wir wollen hoch. Wir wollen immer höher. Wir wollen bis ganz nach oben. Wir wollen ans Tageslicht wollen wir eigentlich, aber... ... Pyramide sagt nein. Wir gehen runter ins Nest. In der Hauptproduktionshalle. Du musst denn alles vernichten. Hans geht's... Warum gibt's keinen Flammenwerfer? Würde ich Hans geht's den Flammenwerfer sagen, oder? Dann let's go. Zweimal Tür. Tür zu. Scheißen Dreck. Ich wohl doch noch Sachen machen müssen unten. Warum nicht sprechen wie Meister Yoda. Scheiße. Ach nö. Wir müssen doch noch mal runter. Irgendwas gibt's da wohl noch. Tummel traurig. Tummel steckt in... Fleisch Pyramide fest. Ja. Ja. Aber warte. 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 Was ist hier auf der Seite? Abgang ins Wasser. Geil. Gut. Äh. Was ist... Oh. Durchgang. Was durchgang. Random gefunden. Ach. Das war die Kacke. Ne. Okay. Da war ich schon. Ich müssen... Oh. Ich bin so dumm. Warum bin ich denn so dumm? Ihr sagt mir das aber auch nicht, ne? Oder habt ihr das auch vergessen? Na, ich hab die Augen. Habt ihr das auch vergessen? Wir waren doch noch gar nicht fertig da in dem Raum. Hier. Da waren doch noch die ganzen Hebel. Oh mein Gott. Wir haben doch erstmal hier... Hier. Warte. Hier. Hier haben wir doch noch gar nicht gemacht. Wir haben nur einen gemacht gehabt. Ich mach die jetzt alle. Ist mir egal wie viel der kommt. Okay. Irgendeine Tür ist aufgegangen. Ich glaub das war die da oben. Da ist was wach geworden. Irgendeine große rechteckige goldene Tür. Das war der, den wir gemacht hatten. Das kommt hier einfach gleich in der Armee, weil wir das auf einmal machen. Das waren die Typen. Oh mein Gott. Okay. Jetzt müssen wir wieder da hochklettern. Kriegen wir mal Besuch. Das kündigt sich ja immer gern an, ne? Vielleicht ist das auch deren Sprache, dieses Gestöne. Man weiß es ja nicht. Und... Aua. Ne, noch nicht. Doch ein bisschen Schaden, dass wir kriegen dann den Körper heilen. Als würden wir einen Mühe an Heilung verschwenden. Hier ist auch nichts mehr, ne? Warte noch mal. Ist auch nichts mehr. Okay, ja dann zurück. Jetzt müssen wir da wieder hoch. Jetzt haben wir das auch gemacht. Okay. 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 Let's go. War das? Okay. Jetzt wieder da hin. Wo wir anfangen. Wo wir anfangen. Wallah. Mogulis. Wo wir anfangen. Hier wo anfangen. Jetzt machen wir gehen hoch. Schwöre. Und jetzt oben Tor offen. Tor offen. Weite Tor offen. Ich jetzt speichern. Wo ich mir wieder in die Hosenkacke. Beide Tore egal. Beide Tore egal. Beide Tore egal. So. Jetzt können wir das kleine nehmen. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen Munition. Das ist wichtig und richtig. Irgendwas sagt mir. Dass hier noch irgendwas versteckt ist. Also sonst. Warum sonst ist das da so. Was ist denn da in der Ecke? Was ist denn da in der Ecke? Ich hab gefragt was denn eine Ecke ist. Wann komm ich denn nicht hoch? Ich will da hoch. Komm schon. Gut doch. Ah. Siehste. 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 Es lohnt sich mal nachzugucken. Gut. Das ist doch scheiße. Ich hab grad auf die gehen auf. Oh. Das ist der große Raum. Das ist er. Das ist das Nest. So. Okay. Ich nehme Wetten entgegen. Okay Leute. Ich nehme Wetten entgegen. Wie viele Male werde ich das versuchen? Ich nehme Wetten entgegen. Wollen wir alle auf einmal wecken? Ihr werdet gleich sehen was ich meine. Wollen wir mal Hardcore versuchen? Wollen wir Hardcore versuchen? So. Dober. Bist du noch da? Suraku. Dave. Pipsi Spritzi. Versuch jetzt. Gleich weine ich. Und ich werde einfach nur sterben. Let's go. Wir kommen in der. Jo bin noch da. So halb. So halb. Okay. Wir kommen in der Hölle. Einer wach? Okay. Wir nutzen das. Wir nutzen das. Wir sammeln erstmal einen. Ich hoffe es bleibt so. Wir sammeln einen. Ich kann mich nicht bewegen. Kann ich mich nicht bewegen? Ich hab einen Bug. Oh nein. Ich hab wirklich einen Bug. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Laden. Okay. Zweiter Versuch. Ei, ei, ei. Oh, das bugt gleich wieder, ne? Nee. Okay. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Müssen wir jetzt mentale Kraft geben. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Was ist denn das? Jetzt gehts wieder. Okay. 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 Let's go. Ja, okay. Okay, meine Freunde. Okay. Oh, da ist Feuer. Scheiße, Mann. Okay. Äh. Trotzliin Abend. Wir haben grad... Ich mach grad Party mit den Friends. Okay. Okay. Aber das schaffen wir. Hoffe ich irgendwie. Wir rennen. Wir rennen einfach im Kreis, oder? Wir rennen im Kreis. Komm. Ja, schöne Animation. Geht ihr auch wieder weg? Okay. Wie stellen wir das an? Ich glaub, wenn wir in den inneren Ring da rennen, dann ist das nicht so geil. Wir sollten aber auch nicht zu nah am Feuer. Wir laufen einfach ne schöne Runde, oder? Komm. Komm. Oh, die Schubschneider. Hihihi. Was ist hier noch mehr? Die haben mich gewonnen. Hätte ich mal noch was voll. Muss man die eigentlich töten? Ich weiß es gar nicht. Aber ja. Okay, wir versuchen ne andere Methode. Ich glaub, man kann die auch nicht alle auf einmal wecken, oder? Das sieht nach mehr Weile aus. Ja. Ich glaub, wenn man das in der Mitte einsammelt, dann werden wirklich alle wach. Nacht. Mal gucken. Ich glaub, hier werden nicht alle wach, wenn man das sammelt, oder? Ja. Aber ich glaub, sonst vielleicht auch wirklich mit der Sprotflintenversorgung. Die ist zwar langsam. Aber die macht die am schnellsten kalt, glaub ich. Okay, jetzt müssen wir gucken, wer hier aufwacht. Oder ob irgendjemand aufdacht. Scheint nicht zu sein. Okay, dann speichere ich. Alles cool. Ich mach mal auf den dritten. Ich mach mal auf den dritten. Ich mach mal auf den dritten. Alles saftig. Hotly, wie geht's? Spielt's ja auch Tomb Raider? Immer noch. Alles cool. Scheiße, ich muss echt das in der Mitte einsammeln. Kann ich das denn? Okay, wir müssen das... Wir rennen, glaub ich, zurück. wir rennen zurück in den Gang aus dem wir gekommen sind wo war der hier pokern da drauf dass die uns nicht alle hinterher sprinten und dann ziehen wir uns immer mal einen raus so wisst ihr wie ich mein das versuche ich immer mal so einen rausziehen da ist der Gang da rennen wir gleich hin wo ist der Gang? okay raus hier raus 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 wir machen aber einen Schaden Junge Oh mein Gott, was ist das? Du Schatz. Oh mein Duber, hilf mir. Okay, wir rennen noch weiter, auch wenn es Leben kostet und MediKids. Wir rennen noch weiter raus, wir drehen nicht um, wir heilen uns nur. Und ja, ne, wir fliehen. Ja, ihr seid schneller als ich, ist mir egal. Und lauf, und lauf, und was ist das für ein Raum? Laufen, wir laufen erstmal, alles gut. Ruhigt euch, ich weiß, ihr seid cholerisch. Einfach laufen. Ja, wir laufen eine weiter, ja komm, alles in sie. Oh ja, auch jetzt kann ich die töten, von hier, von hier. Auch wenn es dauert, jeden einzelnen ziehe ich hierher. Aber ich mach mal hier hoch. Ja, wie viele das sind. Alter Junge. Wir sind hier nur eins bis zwei Typis. Ja. Ja, jetzt, doofa, Pistolen-Challenge oder was? Das hätten wir hier nicht mehr geschafft. Wir haben das reguläre Spiel mit Pistolen gespielt, ja. Aber das hier hätten wir echt. Das hätten wir nicht mehr geschafft. Äh, nur Pistolen. Wenn dann nur so, wie ich das jetzt hier auch mache. So richtig edlich irgendwo packen, ne. Und die dann einfach abschmeißen. Das wäre ich bestimmt gegangen, aber... Also auch keine Lust, die drei Stunden, äh, Viecher mit Pistolen zu bekämpfen, ne. Das ist halt... Das ist halt scheiße. Ja, jetzt sind sie alle weg, oder was? Oh Mann, komm zurück. Ich hab nur noch sieben Schuss, das ist dann wie es ist. Ich glaube jetzt, was danach noch kommt. Einmal... ...friggern. Glaubt ihr? Ja komm, komm, komm. Ja gleich alle wieder, ne. Ihr seid wie die Geier, wirklich. Ich stell dir jetzt auf einmal gestorben und da steht noch einer. Wie viele waren das jetzt? Ich hab nicht mitgezählt. Los Monster, klaut ihm die Muni, damit der Pistolen nutzen muss. Wie viele waren das jetzt? Oh, ich glaub das speichere ich so. Das war okay. Wir nimm mal den vierten. Ah, Lebenssafe noch welche. Ah, die mach ich jetzt, komm. Oder meinte das... Ja, das... Okay, der war schon damaged. Oh ja. Vielleicht schon mit der... ...Sprotze. Und das war der Raum, wo wir noch nicht waren. So, jetzt... Jetzt eine auf dicke Hose so. So, wer will noch aufs Maul? Ich mach euch alle lang, hä? Kein Problem. Anscheinend alle tot. Aber war doch easy. Wir hätten noch 20 mehr sein können, bin ich ehrlich, ne? Oh, kein Problem. Kein Problem. Einen kleinen Finger, weißt du? Einen kleinen Finger. Lol. Aber was hat es jetzt gebracht? Hat es was aktiviert, dass ich die auch alle getötet hab? Muss man die alle töten? Ist das nur ein Trollraum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall cool. Hier ist auch weiter nichts. Oder ich bin blind. Nö. Hier ist auch weiter nichts. Ist da eine Tür, die unnötig nach links aufgeht. Okay. Gehen wir jetzt hier. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Oh nein, Lova, die Hölle geht weiter. Leute, die Hölle geht weiter. Unsere Freunde, die Eier. Ah. Dicke, fette. Aber wir können wohl auch nicht mehr drauf vertrauen, ob sie wobbeln oder nicht wobbeln. Sie können trotzdem platzen. Haben wir gelernt. Haben wir gelernt. So. Was hat das jetzt gemacht? Muss ich mich raten? Okay. Jetzt wobbeln sie alle. Ein bisschen Frieden. Kann ich auf der Mitte laufen? Bleib ich einfach auf der Mitte, dann können sie da drin bleiben, hm? ein bisschen Freude. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Was heißt die Feuerwelle? Schau, was die ist. So. Aber die Tür ist immer noch zu. Ah, Timing oder was? Einmal. So, einmal. Hör ihn auf. Oh Gott, das sieht sehr final hier alles aus. Ui, fertig. Ui, Freunde. Und einfach nochmal acht Eier. Oh, natürlich. Hä, wer war jetzt hier drin? Da war gar keiner drin. Oder, hä? Das Pferd war von Anfang an schon da. Was wirst du? Fehlgeburt oder was? Einfach Fehlgeburt. Abgetrieben. Keine Ahnung. Ich hoffe, das sind alle. Oh, das ist bestimmt so richtig verarscht jetzt, ne? Das denke ich natürlich. Oh, guck mal, das sind ja alle fake, ne? Ne, 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 ne. Safe nicht, oder? Safe nicht. Bestimmt in irgendeinem, mindestens einem ist irgendein Assi drin, oder? Nein. Er legt sich nicht mit mir an, ich sag's dir. Ich hab, äh... Ich hab, ja, scheiße. Was hab ich? Ich hab richtig Fäuste, so. Was hast du Angst, ne? Geh, geht's runter? Hier, die waren alle fähig, tatsächlich. Wollen wir mal so festhalten. Ui, nette Ecke. Oio, gib mir noch mal acht. Let's go. Du's mal mit Lava. Habt ihr nicht auf dem Lager? Macht noch 16 draus. Kein Problem. Hilfe, Mami. Also, die Tür ist offen. Ist doch eine Falle, oder? Ist doch jetzt voll fake, oder? Oder? Keiner wobbelt. Tür ist hier ja zugegangen. Scheiße, alle wo... Oh Gott. Aber die sind doch fake jetzt, oder? Safe. Oh Gott, der ist nicht fake. Einer war fake. Einer war fake. Einer war fake. Einer war fake. Einige sind fake, okay. Aber nicht alle. Okay, okay. So, du auch noch. So. Okay, okay. War gut, war clean. Keinen Schaden gekriegt. Dann den Hebel drücken und schnell da rein. Oh Gott. Das ist doch ein riesen Ei wieder, oder? Oh, da kam anscheinend nichts raus. Oh, das war nur Ambiente, glaube ich. Das war nur... Aber... Hä, warte mal. Schnell gespeichert, ne? Ich würde gerne mal gucken. Ich würde mal was gucken. Nicht ins Wasser. Wollt eben nicht ins Wasser. Es gibt auch ein Secret in dem Level. Welches ist es hier? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch komplett dumm, aber ich will das jetzt einfach machen. Was bleibe ich hier? Trinkt das was? Nö. Es hat echt nur Ambiente. Irgendwann ist hier irgendwie, weißt du nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist mal so auch nicht das große aufgegangen. Ja, okay, dann ist da nichts. Weiter geht's. Ich frag mich, wie lange es noch geht, oder ist jetzt Ende? Oh, dober, das war's. Leute, das war's. Wir schwimmen in die Freiheit. Aber wir haben das Secret nicht gefunden. Nicht mehr an, finde ich. Okay. Gut. Hier würde ich aufhören. Gratuliere. Gratulation. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben es abgeschlossen. Das Alternative, beziehungsweise die zwei Bonus-Levels, die dann noch quasi hintendran ran könnten. Von der Story her. Wir haben es geschafft. Ja, und nächstes Mal drücke ich hier einfach Pfeil nach unten. Und wir spielen den zweiten Teil. Und irgendwann... Auch den dritten. Hehehehe. Jo, aber hier ist erstmal Schluss. Erstmal Ende im Gelände. Leute, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, ne? Hat Spaß gemacht. Und ja, noch einen schönen Abend. Tschö, ghosts. Und bis zum nächsten Mal. Ne, eure tombe Wiese hier. Viel Spaß beim Ravioli. Lö-li-li. Genau. Das kommt vielleicht dober. Das passt auf. Komm gleich. Ja, ich bin richtig lüllulö-limouten gemacht. Ihr kennt das. Ihr kennt das. Da lasst ein paar Grüße da, ne? Beim Ravioli. Macht's gut und einen schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018